Verzweifelt, wenn da nur Unrecht ist und keine Empörung. Oder auch, Precht hat gesagt, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Und ich finde aber im aktuellen Zustand. Edgar Einfilsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast. Hallo meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar Einfilsam. Ich gucke heute nicht nur Verliebt in die Augen von Kollege Hartmann, sondern auch Verliebt in die Augen von Katharina König. Schön, dass du da bist. Hallo. Gut, dass ihr befreundet seid. So müssen wir jetzt hier nicht zu dritt. Die Kultur macht es möglich. Echt total, ja. Unser Men-Spreading-Podcast hier. Es gibt jetzt auch einen Women-Spreading-Podcast, wo ich mich frage, ob man den nicht auch ignorieren könnte. Also weil der am Ende, egal, nein, 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 ist von einer Person der CDU. Muss man nicht drüber reden. Bitte? Oh Gott. Ich finde, man muss da sehr drüber reden. Also ich finde, mich interessiert mal, was sind die Attribute von Women-Spreading oder was heißt das? Women-Spreading? Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe da nochmal kurz reingehört und habe so gedacht, oh mein Gott, nein, das muss man sich nicht antun. Ich meine, es hat ja eine witzige Idee dahinter, wenn die aber nicht zur Umsetzung kommt und dann irgendwie über Schuhe und sowas geredet wird. Das Frauen-Dasein quasi auf altmodischer Art. Ja, aber halt irgendwie so unpolitisch oder so bestätigend Frauen-Klischees. Ja, soll ja auch so sein. Ja, aber hätte ich mir irgendwie was anderes erhofft. Aber ich habe zu viel Hoffnung, was CDU und ähnliche Akteure angeht. Ich habe letztens bei Instagram manchmal, klicke ich einfach auf die Lupe drauf, wenn ich gerade irgendwie mir denke, jetzt will ich so richtig Informationen, sinnlose Informationen in meinen Kopf reinhaben. Und da bin ich auf eine Influencerin der AfD gestoßen. Die sah halt einfach, das ist einfach ein bildhübsches Mädel gewesen, die einfach wie jede hübsche Influencerin aussieht so. Und dann aber so AfD-Inhalte so propagiert, das fand ich so spooky. Vor allem, wenn die dann so hübsch in die Kamera so ihr Make-up-Shit zeigt so und dann so, und nein, ich bin kein Nazi, so, aber AfD ist cool, yeah. Und ich denke mir so, nee. Meint ihr sich blau oder braun an? Ich denke, das ist so hellblaue Wimperntusche. Genau, und dann rote Augenbrauen dann. Nee, aber... Ich würde es denen zutrauen. Also es ist, okay. Ja, aber das macht jeder. Also Christian Linder hat ja auch einen Podcast. Ich finde, dass Gauland hat sich auch schon mal zwei Stunden zu Thilo Jung gesetzt und Alice Weidel genauso. Und die wirken dann halt so super sympathisch. Die von Storch auch, ne? Ja, gut, die kann sich nicht kaschieren, meiner Meinung nach. Die hat in jedem Format irgendwie ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Interviewenden, ne? Also man kann, das finde ich auch schwach manchmal, was da von Medienjournalisten und Journalistinnen macht wird. Aber Thilo Jung, Thilo Jung per se, ist ja eigentlich recht fit. Eigentlich ganz fit, was das angeht, ja. Genau, und da, aber das ist schon Sport auf Höchstniveau gewesen, meiner Meinung nach. Also wer, der kundige Zuschauer, der hat die Gauland-Fratze schon erkannt, aber jemand, der halt so ein bisschen opportuner ist und... Ja, oder einfach sich informieren will und darauf klickt, ne? Ja, genau. Der hat diese Euphemismen, die er da für seine Fremdenfeindlichkeit und einfach sein Grundmindset irgendwie angewandt hat. Das ist dann schon leicht, wenn man sich so zwei Stunden, das geht ja wirklich zwei Stunden, das Interview, damit auseinandersetzt. Ach, das ist doch eigentlich nur der gute Onkel mit der Dackelkrawatte. So, ich glaube, das ist auch das Ziel, was er da rüberbringen möchte. Ja, klar. Das ist aber schon hochgradig ekelhaft. Also gerade, wir hatten vorhin ein Vorgespräch vom Podcast, hatten wir drüber gesprochen, was Gesprächskultur ausmacht, weil wir anfangs ja nur über Skype unseren Podcast aufgezeichnet haben und jetzt erst die letzten Folgen uns wirklich auch face-to-face gegenüber sitzen. Und was das halt eben bedeutet, dass man sich in die Augen guckt bei einem Gespräch und das Gauland-Ding mit Thilo Jung, das ist ja der von Jung und Nämlich, ne? Genau. Da sitzt er da und der guckt ihn ja gefühlt gar nicht an, Gauland. Also der sitzt ja die ganze Zeit da und guckt bloß so nach unten. Und ich weiß nicht, ich habe mir jetzt gerade erst vor drei, vier Tagen habe ich mir das erst angesehen, habe da auch bloß eine halbe Stunde geschafft, weil sonst hätte ich, glaube ich, schlecht geträumt irgendwie oder nicht schlafen können. Also so gruselig wie der Typ ist, ey. Und ja, der guckt ihm halt nicht einmal irgendwie gefühlt ins Gesicht, irgendwie beim Reden in die Augen. Ich habe es nicht gesehen und finde grundsätzlich kann man sich mittlerweile fragen, oder gehört habe ich es nicht, ob man es wirklich noch machen muss. Also entlarven muss man die nicht mehr, die Positionen sind bekannt. Was beizutragen zu aktuellen Debatten haben sie selten. Also am Ende ist es irgendwie auch so eine Form der Stärkung und Normalisierung, die kontinuierlich in irgendwelche Sendungen, Fernsehshows oder auch Podcasts zu holen ist. Also ich würde sagen, oh Leute, hört doch mal auf, das zu machen und geht doch mal lieber zu irgendeiner kleinen Mini-Initiative im ländlichen Raum. Die probieren was gegen Rassismus oder auch für Soziokultur zu machen. Da gibt es echt coole Sachen, also von denen man gar nichts weiß. Aber was glaubst du, gerade auch für jemanden, der jetzt zuhört und nicht zu 100% weiß, wer du bist, kann ich das ja mal kurz gesagt haben, dass du für die Linke im Landtag Thüringen sitzt. Was glaubst du, die haben ja auch Berater für öffentliche Arbeit, was denn der Ziel ist, wenn sie sich distanzieren von Rassismus? Geht es dann auch wieder nur um die schwankenden Menschen, die so vor den radikalisierenden Komponenten Angst haben? Also glauben die wirklich, dadurch Wählerschaft gewinnen zu können? Oder was ist das Hauptziel dahinter? Ich glaube, das Hauptziel aktuell dahinter ist die Vermeidung der Komplettüberwachung der AfD durch den Verfassungsschutz. Und dann, es gibt ja schon ein relativ großes konservativ-rechtskonservatives Spektrum, was die AfD wählt, die aber im weitesten Sinne so etwas wie moralische Grenzen noch haben. Und für einige von denen ist zum Beispiel Rassismus, also in dem Moment, wo Menschen umgebracht werden, also die machen das dann immer auf der Höhe, auf der Spitze, nicht Alltagsrassismus, sondern wenn jemand umgebracht wird, nee, das geht nicht. Und da ist es dann eine reine, naja, es ist keine wirkliche Abgrenzung und Distanz, sondern ist der Versuch, für dieses Wählerklientel weiterhin auch ansprechbar zu sein oder die mit einzubinden. Aber es gibt jede Form der Distanzierung der AfD von Rassismus oder auch Antisemitismus, das ist absolut lächerlich. Das stimmt nicht. Also man kann nicht sagen, man ist gegen Rassismus und im nächsten Satz oder im nächsten Schritt erklärt man mal wieder, was mit Geflüchteten passieren muss oder wie die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland unterstützt werden muss. Dass keine Fördergelder im Zuge Corona-Hilfe beispielsweise an ausländische Unternehmen gehen. Also es ist purer Rassismus. Ich sage immer, das ist der Teppich, den die machen, auf den dann die Täter spielen. Und parlamentarischer Arm der Rechtsterroristen, wie auch immer, ja, stimmt alles. Aber das richtig Schlimme ist diese kontinuierlich stattfindende Normalisierung, die ja dann in die Gesellschaft schon längst eingesickert ist. Und wozu spät? Also ich meine, es ist toll, ne? Gestern kam der Verfassungsschutzbericht raus. Yay, Rechtsextremismus ist ein Problem. Ui, hey Mensch, die haben sich geblickt. Richtig spitze. Richtig gut, richtig gut. Genau und genauso auch AfD-Problem. Aber meine Güte, das wusste man vor sieben Jahren alles schon, als die damals angetreten sind. Und die, die es gesagt haben, die wurden ignoriert oder ach, ihr braucht ja immer das Feindbild oder ihr polarisiert oder was weiß ich was. Und sieben Jahre später sagt es die CDU. Das ist, man, können wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo den Leuten geklaubt wird, die da warnen. Also Getroffene oder auch Wissenschaftler, Antifaschistinnen, die recherchieren. Nervt. Anstrengend. Du hast ja, wie ich Instagram auch entnommen habe, den Wahlkampf ja auch mitgestaltet in Thüringen. Und bist dann quasi auch auf die ganzen Dörfer, ich glaube, um Saalfeld herum und so unterwegs gewesen. Wie verhält sich das dann? Weil, wenn so Wahlen stattfinden und sich so ein Wahlergebnis über die Jahre verändert, ist es dann so, dass Leute von Die Linke oder von SPD zu AfD übergehen, weil die sich dann besser repräsentiert fühlen. Und gibt es das auch, dass die von AfD meinetwegen zu Die Linke zurückkehren? Also was es gibt, sind Leute, die früher Die Linke waren, also sowohl Mitglied als auch zum Teil in so kleineren kommunalen Gremien. Und da gibt es einen ganz konkret, der ist jetzt Landtagsabgeordneter für die AfD in Thüringen. Wähler sowieso, gibt es ja schon eine größere Gruppe von Wechselwählern, die, ich mache es mal ein bisschen platt, ich kenne mir das immer so, ja, das sind halt die, die auf der gefühlten Siegerseite sein wollen. Ja, aber die sind immer das Zünglein an der Waage, an denen richtet sich eigentlich, also, oder soll ich dir das, ich versuche das mal zu präzisieren, weil ich habe das Gefühl, die Machttendenz richtet sich immer nach den Opportunisten. Weil es gibt ja die mit ihrer stetigen Überzeugung, die werden ihr ganzes Leben lang die Linke wählen und die schwanker, sage ich mal. Ich glaube, um diese 10 bis 15 Prozent geht es, so meine ich das. Das sind die 10 bis 15 Prozent, die für alle Parteien relevant sind, weil man darüber sein Wählerspektrum erweitern und prozentual erhöhen kann. Da ist dann aber für mich eher die Frage, wie sehr verbiegen sich Parteien, um diese 10 bis 15 Prozent zu erschließen. Also, diese wechselnden, nennen wir sie Opportunisten, die hat man immer. In dem Moment, wo Parteien opportunistisch werden, finde ich, ist es ein Problem. Also, dass so, wenn die Linke anfängt, sich auch für rassistische Milieus zu öffnen, nein, geht gar nicht. Also, absolut nicht. Und da muss man dann auch sagen, scheiße auf die 10 bis 15 Prozent, auf die anderen sozusagen gehen und darauf sowohl Inhalte als auch Politik ausrichten. Das ist eine geile Verfeinerung. Diese wechselnden gibt es, quer durch alle Parteien hinweg. Ich glaube, bei der Linken gab es sehr viele bundesweit, die AfDler gewählt haben. In Thüringen ist ja dieser verrückte Gegeneffekt, dass durch Bodo Ramelow viele Leute bis in CDU-Kreise hinein. Das finde ich ja viel spannender als die AfDler, die zum Teil ja noch gar nicht so gefestigt sind. Also, im Sinne von schon jahrelang bei dieser Partei dabei und sowas. Und dass mittlerweile aber auch CDUler sagen, sie wählen die Linke, das ist eigentlich spannend bis herausfordernd. Weil ich finde es dann schon schwierig mit so, wie nennt man das, CDU-sozialisierten Menschen ins Gespräch zu kommen, die jetzt die Linke wählen und die aber eine Politik erwarten, für die ich nicht stehe und die ich auch nicht vertreten kann. Und das ist so dieses Gefährliche, auch wenn man Volkspartei wird, das ist ja in Thüringen der Fall mit über 30 Prozent, welche Inhalte gehen daran verloren oder wo besteht eine Gefahr? Was ist in Thüringen so anders? Also, das Wichtigste ist natürlich, dass Thüringen das einzige Bundesland ist, in dem Vita-Cola erfolgreicher ist als Coca-Cola. So, Shoutout an Katapult. Aber jetzt mal im Ernst, ich finde, die schmeckt auch besser. Die schwarze oder die normale? Die normale, die normale, ja. Hat beides was, ist bei mir tagesformabhängig, aber ich trinke auch nicht so oft Cola. Ich bin bei Colle-Mate dann, ganz woanders dann. Also Vita-Cola, ja, einziges Bundesland für eurer Umsatz. Trotzdem, wir hatten doch mal eine Coca-Cola-Fabrik in Thüringen. Stimmt, die hat aber zu gern. Weimar, genau, die hat dicht gemacht, glaube ich, oder? Deswegen, weil Vita-Cola die Macht angesaugt hat. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, sondern der Umsatz von Coca-Cola generell vielleicht. Müssen wir sowas piepsen eigentlich? Nö, nicht bei uns. Wir sind zwar ein Spotify-Original. Aber wir müssen es auch nicht leiden. Keiner leiden. Genau, und das Zweite war, du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen, was macht die Thüringer Linke denn anders oder kompatibler? Oder liegt das eher, ich fand es geil, wie du das gerade nochmal verfeinert hast, dass die Partei nicht opportun sein darf, dass es sehr gut oder nichts Opportunes machen sollte, um mehr Wähler zu generieren. Ist es eher der Esprit oder die Wahrnehmung des Landes? Wie würdest du, kannst du da essentielle Merkmale rausziehen? Ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren. Klar, ohne Frage, Bodo Ramelow ist einer der entscheidendsten Faktoren. Der kann überall in Thüringen hinfahren, in das kleinste Dorf oder die kleinste Gemeinde und hat immer eine persönliche Geschichte zu diesem Dorf und dieser Gemeinde. Also der ist einfach wahnsinns rumgekommen innerhalb Thüringens, kennt so viele Leute, so viele Geschichten, hat so viele Sachen im Kopf. Also ich weiß nicht, ob das ein fotografisches Gedächtnis ist oder ob das so ein, er sagt ja selber, weil er Legastheniker ist, dass er deswegen sich einfach viel mehr merken musste und so aus seinem Erinnerungsvermögen heraus agiert im Umgang mit anderen Leuten. Und das kommt richtig gut an, weil es halt auch nicht gespielt ist, sondern weil es, also der ist schon authentisch in dem Ganzen, ist dazu einfach auch ein super Politiker. Also mit, was liegt gerade an, wo er ja jetzt auch in Corona-Zeiten gesagt hat, nee, wir müssen jetzt mal weg von der Angst und hin zu einem Versuch der Normalität. War er ja der Erste, der sich in diesem Sinne gewagt hat, ohne gleichzeitig alle möglichen Vorschriften sozusagen zu missachten. Also eher definitiv. Ich glaube, was ein mindestens genauso großer Faktor ist, dass diese Fraktion, Partei in Thüringen von links-links-radikal bis links-konservativ sozusagen reicht, ohne diese Kämpfe untereinander. Also es gibt ja, kennt man ja glaube ich, Bundestagsfraktionen. Ich würde denen ja ab und zu mal empfehlen oder auch Bundespartei, so ein Match zu machen, wo man trifft sich einfach zum Schlammcatchen und danach ist, wer gewonnen hat, darf die nächsten Monate sozusagen die Politik... Das bringt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage, wann wirst du Bundeskanzlerin? Will ich nicht, niemals, nie, bloß nicht. Nee, echt nicht. Aber auch nur, weil das von der Gesellschaft eine rauchende Bundeskanzlerin nicht anerkannt wird. Nee, ich würde sofort rauchgesetzt. Überall, nein, nicht überall. Ich stehe mir vor... Kindergarten, nein, nee, hoffentlich. Ich stehe mir gerade, 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 so gelangweilte Hortnerin. Ich war immer drauf, dass dann irgendwie jemand im Nachgang wieder irgendein Ding hochzieht, weil ich ja mich ja fürs Tragen ausgesprochen habe. Aber es wäre geil, wenn du mit 95 halt auch bei Maybrit Inner sitzt und als Einzige deine Kippe quatzen darfst. Das hat mich gestern erst jemand gefragt, so von wegen, wenn du mal alt bist, was willst du eigentlich machen? Und ich habe gesagt, eigentlich hätte ich mega Bock, so eine Senioren-Erste-Reihe-Gang aufzumachen. Also die wirklich so, man kriegt halt Rente, man hat Zeit und dann fährt man quer durch Deutschland zu den ganzen guten Demos und sagt, hier, Leute, wenn ihr Bock habt, wir machen die erste Reihe. Und das eine ist so ein bisschen Schutz, gegenüber wem auch immer. Und das andere ist natürlich auch Spaß und man hat was zu tun, glaube ich. Man bleibt dran. Also auf sowas hätte ich Bock. Ja, muss jetzt nicht komplett erste Reihe sein, das ist ja dann auch übergriffig gegebenenfalls, aber sowas halt. Ich finde es gut. Irgendwie dranbleiben. Die Transpie ist dann am roten Rollator befestigt oder die breite Reihe. Na klar, oder genau, also vorne. Jetzt gerade eben, war es auch super, dass wir das erste Mal mit Video aufzeichnen, weil bloß beim Hörner hätte man jetzt nicht gepeilt, warum wir... Ich finde es klasse. Genau, wie ist das? Ich bin nur einmal in Suhl gewesen. Ist das so Saalfeld? Ne, es ist ein Stück weg. Ich bin da einmal gewesen und wie es auch hier in Sachsen für mich ist, wenn wir mal irgendwo abseits der Autobahn unterwegs sind, so irgendwo im Erzgebirge oder so, ich denke immer, mein Gott, das ist so schön wie hier, wie können die Leute hier bloß so verbittert sein, die haben es so toll hier. Und genau das Gleiche habe ich irgendwie in Suhl auch damals gedacht. Und dann, je mehr ich mich, das ist lange her, dass ich dort gewesen bin, und je mehr ich mich dann irgendwie auch mehr mit so politischen Kram beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, was das eigentlich für ein Sündenfuhl rechter Organisation dort ist und so weiter. Und wenn du dann dort unterwegs bist, jetzt komme ich wieder auf deinen Instagram-Account zurück, habe ich gesehen, dass du auch ganz viele Fotos gemacht hast, so von schwarz-weiß-roten Graffitis irgendwo, also wo Fahnen irgendwo so drangesprüht sind. Wenn du dann da stehst mit deinen gegebenenfalls Schutzmenschen, die irgendwo wahrscheinlich drumherum, also ich weiß nicht, hast du Angst, wenn du da hingehst und dann irgendwie so... Seidst du so Nazi-Konzerten? Ne, ne, nicht Nazi-Konzerte, sondern jetzt im Wahlkampf meinetwegen zum Beispiel, wenn du so hingehst und sagst, hey, ich bin hier von die Linke. Es gab halt so ein krasses Ding 2014, da sind wir mehr oder weniger überfallen worden von Faschos. Also jetzt nicht im letzten, sondern im vorletzten Wahlkampf. Das war schon hart. Also da waren, und das halt mitten in der Öffentlichkeit, an einem Supermarkt, mitten in der Stadt, in Saalfeld, also in einem Stadtteil dort. Der Stadtteil gilt als rechts. Und da kamen dann, oh Gott, am Stand selber bei uns waren drei, vier. Und drumherum insgesamt weitere 15 in Autos auf Motorrädern. Und der eine zog dann so eine Stahlkette und schwang die die ganze Zeit. Da habe ich ein Foto veröffentlicht. Waren das Torgebärden oder ist das dann noch zur physischen Ausübung? Ne, ich habe dann sehr lange mit dem einen geredet. Also war dann wie raus, habe es in dem Moment gar nicht registriert, sondern so war einfach nur, da sind ja Leute mit mir hier und da Schutz in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die nicht angegangen werden. Und habe dann mit dem, den ich in dem Moment erkannt habe, oder eingeordnet habe, als ich nenne es mal Führungsperson, mit dem ein ewig Gespräch geführt. Eine Stunde, anderthalb Stunden oder sowas in der Richtung. Ich habe die Zeit selber gar nicht gecheckt. Und dann war es so deeskaliert, dass die gefahren sind. Und danach war ich platt, da war ich richtig fertig. Und dann sind wir ins Büro und dann war so, was machen wir jetzt? Was? Also es ist ja nichts passiert eigentlich. Und dann trotzdem jetzt Polizei rufen. Also es standen Faschos mit Stahlkette, die auch bedroht haben. Dann wollten sie von mir wissen, wer sind die V-Leute in Thüringen. Und wenn du das nicht sagst. Und dann hat Polizei die Anzeige aufgenommen. Es gab dann auch ein Ermittlungsverfahren und ein Gerichtsverfahren. Und dann hat der Richter am Ende gesagt, naja, dadurch, dass die Frau König ja so gut mit dem Herrn R, dass sie so sprechen konnten, und deeskalieren konnten, ist ja nichts passiert. Deswegen gibt es ja auch keine Verurteilung. Und da habe ich mir so gedacht, okay, na gut, dann das nächste Mal schlagen lassen. Also einfach, damit es Konsequenzen hat. Das ist so, wenn... Also das denke ich mir auch bei Stalking-Gesetzen und so ein Kram, dass es erst irgendwie rechtskundig werden muss oder so. Aber was würdest du sagen? Ach so, und jetzt dann fünf Jahre später, hatte ich an zwei Stellen, war so ein sehr ungutes Gefühl. Da ist der eine, der damals mit der Stahlkette unterwegs war, sehr bewusst mehrfach vorbeigefahren. Und dann auch mit, wo dann hinterher noch zwei Autos mit Faschus drin kamen. Das war dann schon so, boah, nee, bitte nicht. Aber ansonsten war das okay. Und was wir gemacht haben, ist dann bestimmte Bereiche haben wir, Gorndorf, Saalfeld, das war da, wo es passiert ist. Wir sind da zu 15 oder zu 20 rein. Und haben das zuplakatiert und dann wieder raus. Und am nächsten Tag sind wir durchgefahren, über die Hälfte ab oder Hakenkreuze oder was weiß ich was drauf. Aber da halt dann einfach sagen, muss ich mir nicht antun. Also da sind auch coole Leute in dem Stadtteil, aber ich muss mich doch dann jetzt nicht hinstellen und mir die Drohung abholen, sozusagen. Was kommen da für Leute, also was für Leute kannst du an so einem Stand dann abgreifen? Kannst du dann schon auch so einen AfD-Wähler abgreifen und sagen, ey, hier, wir sind auch für euch da? Ich hatte zwar, nee, das mache ich nicht. Also ich gehe, ich, nee. Und wie läuft das? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das erstes, man weiß ja nicht, was der Mensch wählt, der kommt. Also der kommt ja erst mal und dann unterstelle ich, okay, der hat ein Interesse. Und manchmal haben sie eine Frage, manchmal wollen sie einfach nur die ganzen Werbegeschenke haben. Ach so, das ist schon so rum, dass die von alleine auf euch zukommen und dir nicht... Nee, ich gehe auch auf Leute zu. Also aber dann eher so, haben sie Interesse, wir haben hier gerade aktuell das Wahlprogramm oder es stehen ja Wahlen an, haben sie schon überlegt, ob sie wählen wollen, wie auch immer. Dann gibt es die, die sozusagen abglocken lassen, dann gibt es die, die sagen, okay, sie kommen ran, entweder sie nehmen oder sie wollen auch ein Gespräch. Aber auch wenn sie ein Gespräch wollen, weiß man ja nicht, wen wählen die oder sind die gegebenenfalls irgendwo Mitglied. Und das kann man, also was ich nicht mache, ist auf Leute zuzugehen, die, ich sage mal, Tor Steiner tragen oder was weiß ich nicht. Nee, muss nicht sein. Wir hatten zwei, also ich direkt zwei Leute, die gesagt haben, sie wählen die AfD. Und wo ich dann jedes Mal gesagt habe, okay, wollen wir mal kurz reden? Also warum, wieso, weshalb? Und bei dem einen war totale, ich würde schon sagen, es war so ein Mix aus Verletzung, so einer tiefen Verletzung. Niemand interessiert sich für mich und ihr interessiert euch alle für die Geflüchteten. Er hat es anders bezeichnet, nicht Geflüchtete, aber ist klar. Ich wähle die, weil die interessieren sich wenigstens für mich. Und da war so gut wie kein Rankommen. Der hat zwar immer mal wieder verstanden, wenn ich gesagt habe, ja, wir schauen sich mal ein Programm an der AfD, Rententhematik, die interessieren sich nicht für viel, sondern das wird schwieriger, wenn die AfD regieren sollte. Und bei dem Zweiten, das war echt spannend, weil der ganz konkrete Sachen hatte, wo er meinte, die Politik müsse ran, wo ich ihm immer gesagt habe, aber das ist doch schon längst gelaufen. Da gibt es doch schon längst das Gesetz. Schauen Sie mal, hier gibt es das Förderprogramm. Ja, aber ich bin Langzeitarbeitslos und kriege und sollte schon, es gibt keine Unterstützung für Langzeitarbeitslos. Also das sage ich doch, wir haben in Thüringen als einziges Bundesland so ein Langzeitarbeitslosenprogramm, um die Leute wieder in die Arbeit, wenn sie wollen, zurückzubringen. Und sagt er, ja, aber mit Hartz IV lebe ich doch jetzt. Ich sage, nee, nicht Hartz IV, sondern Mindestlohn, ein bisschen über Mindestlohn. Aber was gibt so ein Problem zugrunde, dass er schlecht informiert wird oder dass er sich die Information nicht eingeholt hat? Das ist eine gute einseitige Information. Der hat dann auch gesagt, naja, aber ich lese doch immer. Und dann frage ich, wo er liest. Und dann kam er halt, keine Ahnung, von eigentümlich frei über Washer Today und so. Also es wurde so eine, gar nicht, dass die sich um die Politik in Thüringen kümmern, aber so eine Grundantihaltung, die mit Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen untersetzt ist oder mit so einem Merkel und die ganzen Politiker in Deutschland wollen euch nichts Gutes und das Einzige, was sozusagen noch helfen könnte. Ja, da findet, also was ich, es findet halt wahnsinnig viel auf der Gefühlsebene statt. Also da wären, da wären eigene Verletzlichkeiten, eigene, sehr einfach zu befriedigende Rachegedanken mit reinprojizieren, weil ich die nicht wähle. Dann diese typische irrationale Deklassierungsangst durch Migrationsbürger, die ja auch schon Adorno so gegenüber dem, na sagt schon, NPD-Aufkommen der 60er beschrieben hat. Das ist auch voll krass. Und du wirst ja auch in so einem kurzen Gespräch nicht den Fisch, den sie da schon ins Fundament eingeschmiert haben, vor Jahren rausholen können. Also du kannst ja maximal nur Gedankenanstöße liefern. Ja, aber bei dem zum Beispiel war es so, dem habe ich dann das Angebot gemacht. Wir können uns, also jetzt ist es halt schwierig. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie Stunden lang Zeit und grundsätzlich auch nicht. Aber der, der, der dockte an, sag ich jetzt mal. Und dem habe ich das Angebot gemacht, wir können uns treffen. Aber halt nicht jetzt. Sondern das müssen wir dann irgendwann im November oder so machen. Und dann gab es dann ein Treffen. Und dann saß mal, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden zusammen. Er hat gesagt, er hat nicht die AfD gewählt, er hat mir aber nicht gesagt, muss ich ja auch nicht wissen, wen er gewählt hat. Okay, ich habe vergessen zu fragen, ob er die NPD gewählt hat, aber ich glaube eher nicht. Und das fand ich schon wieder okay. Das ist nur, am Ende ist es so ein aufwendiger Prozess, das ist ja wie Ausstiegsarbeit für Nazis. Das ist eine Einzelfallbetreuung oder Einzelfallbegleitung. Da muss man echt schon überlegen, macht man das oder nicht? Weil die Zeit kann man natürlich auch investieren, um Leute, die gegenhalten, zu unterstützen. Ich sage mal, bei ihm habe ich das gemacht, weil es gab noch drei, vier andere, die dann bereit waren zu reden, wo ich gesagt habe, okay, kann man auch mal probieren und tun. Aber jetzt so, mittlerweile sage ich, Schwerpunkt. Finde ich aber ganz krass, weil ich glaube, das sind nur mal die Einzelfälle dann in dem Fall so, aber denen wirst du ja übelst krass auf ewig so im Gedächtnis bleiben. So, boah, ich habe mit einer, also, würde ich jetzt mal spekulieren. Also, ich würde so rangehen. Gut, ich weiß nicht, ob ich da bei für andere sprechen kann, aber ich meine, wann hat man schon immer die Möglichkeit, mit einer Politikerin da irgendwie drüber zu sprechen. So, das ist ja schon mal. Keine Ahnung. Also, ich finde ja, ich glaube, das ist ja auch so eine Art Vorbehalt. Ich glaube, es gibt echt viele Politiker, mit denen man so reden kann. Das ist, die Frage ist halt immer, überwinde ich die Distanz? Und wie schaffe ich das? Eigentlich ist es nur an Quatschen hingehen. Ja, ja. Also, ich bin ja keine, irgendwie sonst wie extra Sonder. Oh mein Gott, nein. Die Frage ist, ob du da auch die Antworten findest. Also, manche wollen ja auch auf ihrer Trotzposition bleiben. Also, ich habe auch schon viele Menschen gesehen, die den Austausch schmähen, weil gerade, das ist ja die AfD-Mentalität, vor der Komplexität der aktuellen Zeit Halt zu machen und einfache Feindbilder zu schaffen. Und immer wieder ablenken. Also, nicht bei einem Thema bleiben, sondern, wenn sie bei dem Thema keine Antwort mehr oder selber nicht mehr agieren, reagieren können, sofort ablenken und aufs Nächste. Es ist immer wieder interessant, wie dann halt doch eine Partei mit all den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, was ja im gröbsten Sinne immer wieder eine Form von Werbung ist und sehr platter Werbung, weil die ja die unterschwelligsten Gefühle ansprechen, wie zum Beispiel Angst, Hass oder Wut, was weiß ich so, wie die sich halt eben ausschließlich über sowas dann mutmaßlich hält. Weil, wenn ja, ich habe dann immer so das Gefühl, meine gut, ich bewege mich ja nun auch in meiner Blase, wo wir über die verschiedenen Thematas sprechen und so weiter und man kommt ja immer wieder auf den Grundtonor raus, dass die ja nix, also das Gefühl, dass einfach nur schlechte Menschen sind irgendwie so. Ah ja, da kommt bei mir die Sozialpädagogik, Es gibt nicht per se schlechte Menschen, sondern wir haben alle das Schlechte in uns und das Gute in uns. Okay, da kommt dann die Pfarrerstochter noch dazu. Es gibt die Möglichkeit, dass Leute sich auch anders orientieren, auch sich selber beginnen zu hinterfragen und kritisch reflektieren. Das ist halt nur wirklich so eine krasse Arbeit, das zu machen. Also theoretisch könnte man jetzt schon mal überlegen, Ausstiegsprogramme für AfD, Wähler, Mitglieder, wie auch immer, zu erweitern. Ausstiegsprogramme gibt es ja, aber da muss man fit zu sein. Und es braucht die Zeit dafür. Also es ist deswegen, ja, ich finde es auch schlecht, ich finde diese Ideologie schlecht, ich finde auch diese Mitglieder schlecht, bei dem WLAN würde ich differenzieren, weil da immer so die Frage ist, was ist aktuell. Schwarz-Weiß kann man da, glaube ich, nicht so richtig denken. Ich glaube auch. Aber dann, ja, ach, schlechte Menschen. Zu mir sagen auch Leute, du bist ein schlechter Mensch oder sagen das über mich. Das so, am Ende sind alle in irgendwelchen Blasen. Da habe ich jetzt einen Fass aufgemacht. Das ist natürlich ein Thema, über das man wunderschön viel kennt. Ich habe das ja auch schon öfter mal aufgerufen, thematisch, egal ob es jetzt, wir gehen mal nicht nur auf AfD-Wähler, wir gehen auf Sorgen, auf Ängste, was du schon gesagt hast und sein Gegenüber ernst zu nehmen. Und das fällt wahnsinnig vielen schwer, selbst in den gegenüberliegenden Lagern teilweise, weil es sich ja auch befriedigender anfühlt. Ich will jetzt nicht mit dem kommen, dass Linksradikalismus genauso schlimm wäre, dass es ja auch was propagiert wird. Das ist ja praktisch nicht so. Oder das, was wir letzte Folge mit den Genderkriegen hätten. Viele ziehen sich einfach so tief in ihre Schützengräben zurück, dass du einfach gar nicht mehr empfänglich bist für die andere Seite. Und alle beide müssten sich eigentlich gegenseitig füreinander spürbar machen. Das klingt mega utopisch. Nein. Nein? Nein. Was heißt das denn? Auf menschlicher Ebene. Nein. Okay. Nein. Nein. Da muss ich ja erst mal auf eine Ebene kommen, wo das Gegenüber nicht, eine kontinuierliche Bedrohung und Gefahr für mich darstellt. Und ich mache das mal am Beispiel... Das steht außer Frage. ...rechtsneonazis. Nein. Ich will mit denen nicht auf eine Ebene kommen, wo es einen Austausch gibt, der ein offenes Ende hat. Ja, ja. Also nicht im Sinne von dann reden wir mal und dann gucken wir mal und vielleicht findet man einen Kompromiss. Nein, es gibt keinen Kompromiss mit Neonazis, es gibt keinen Kompromiss mit der AfD. So meinte ich das übrigens auch gar nicht. Okay, aber so was ich nur, dass es klar, aber was es gibt... Es ging wirklich um die Klientel, mit denen du den Austausch, also wirklich mal anhand des Modells, deines geschilderten Austausches. Aber das ist ein einzelner Mensch, der in dem Moment nicht AfD ist oder was weiß ich. Also es gibt auch... Ich habe ein paar Neonazis-Ausstiegsprozesse gemacht. Auch bei denen ist das möglich. Aber das ist halt nichts, was sich dann übertragen lässt. Also von daher, ich würde sagen, Einzelfall, Mensch, Mensch. So meinte ich das auch. Ich rede wirklich von dem realen Leben, von dem Typ oder der Typen, die dir vis-à-vis begegnet. Ja, genau so war das gemeint, ja. Unter der Voraussetzung, dass eben diese Betrogen... Also die körperliche Unversehrtheit steht dabei natürlich. Wenn mir jemand mit einer Stahlkette oder einer Brechstange gegenübersteht, dann müssen wir jetzt gar nicht von einer konservanten Lösung reden. Aber die körperliche Unversehrtheit beginnt ja nicht erst, wenn ich blute. Ja, eben. Das ist so, ne? Ich finde es viel krasser. Ich nenne das halt diese atmosphärische Gewalt, wenn du in manchen kleineren Städten unterwegs bist, da wird keiner geschlagen seit Jahren. Oder ganz selten mal bei der Kirmes oder sowas. Aber Leute, die sich nicht rechts identifizieren oder die einfach keinen Bock darauf haben, werden in diesem ländlichen Raum früher oder später keine Chance mehr haben. Ja. Weil dieses... Das ist halt so ein Saalfeld da, die Umgebung, wo die ganzen Quaffiti, Eisenachs auch zum Beispiel, wenn der komplette Raum mit rechten Quaffiti zugetaggt ist und kontinuierlich Leute auch von ihrem Kleidungsstil gegenüber treten. Junge Frauen früh, die sich als Links einordnen, 17 Jahre alt sind, früh abgeholt werden von Nazis. Also das warten die Nazis, wenn es zu früh geht. Die schlagen die nicht. Aber... Also die blutet nicht. Und das ist dann auch... Hast du sowas in deiner Jugend auch gesehen, erfahren? Ach, da darf ich mich an die Frage anlehnen, weil ich wollte vorhin nochmal zurückrudern zu diesem von dir beschriebenen Akt, in dem halt auch wirklich die physische Gewalt angedroht wurde, auf deine Prägung zurück, weil du dich jetzt auch an Katharinas Vergangenheit anlehnen möchtest. Das ist doch eine atmosphärische Gewalt, in der du groß geworden bist, oder? Also das heißt, wie auch dein heutiges Werk, wie übst du das aus? Hast du dich gewöhnt daran, dass sowas potenziell passieren kann? Ist das... Das sind ja zwei Fragen in einer oder noch mehr. Also gewöhnt, ja. Ich kann sie auch versuchen, auf eine zu kanalisieren. In einem gewissen Sinne bin ich da schon abgestumpft. Also es gibt dieses unbewusste Wissen, was dann immer mal wieder bewusst wird. Ja, kann jeden Moment passieren. Und dann aber gleichzeitig, wenn es passiert, ich kann das nicht verhindern, dass es passiert. Ich kann es nur dadurch verhindern, dass ich mich zurückziehe. Das will ich nicht. Also bin ich darauf eingestellt, dass es jederzeit passieren kann. Ergreift da aber gar nicht so viele Schutzmaßnahmen, wie Leute immer denken. Sondern es ist halt... Keine Ahnung. Schutzmaßnahmen in welchem Sinne jetzt? Na, es ist... Also psychologische Schutzmaßnahmen für dich selber sozusagen, oder? Ja, nee. Also, jetzt bin ich raus. Wir haben sich verwirrt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt bin ich raus. Nee, die Schutzmaßnahmen. Auf welcher Ebene meinst du die jetzt? Eher der Seele? Also, dass du deine Seele versuchst zu heilen, wenn du denkst, dass du gerade ein bisschen kaputter geworden bist durch irgendwas? Oder eher körperlich, dass du dort für Schutz sorgst quasi, dass es Leute gibt, die um dich drumherum sind und... Oder aktiv Situationen umgehst sozusagen. Das mache ich nicht. Aktiv Situationen umgehen mache ich genau nicht. Also so dieses, nicht mehr auf die Nazi-Konzerte beobachten, nicht mehr die Demos anschauen. Nee, das mache ich nicht. Da ist ja... Aber das ist auch so, und da bin ich darauf eingestellt, da kommen irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Dummsprüche, Bedrohungen oder sowas. Das ist so. Das sage ich, das ist auch Teil des Jobs in einem gewissen Sinne. Mit Schutzmaßnahmen meine ich sowas wie... Polizei hat, glaube ich, zweimal Polizeischutz angeboten. Einmal nach diesem einen Lied, was da kam, und einmal weiß ich gar nicht warum. Und das habe ich jedes Mal abgelehnt. Habe gesagt, nee, weil dann... Also gar nicht jetzt so durchdachter in dem Moment, sondern so instinktiv. Nee, kann ich nicht machen. Ansonsten Schutzmaßnahmen. Ab und zu sind natürlich Leute in der Nähe bei bestimmten Sachen. Und dann ist es eher so ein ganz verrücktes Ding. Also ich habe ja vor drei Jahren geheiratet. Und wir haben überlegt, wie machen wir das mit der Hochzeit? Wo feiert man denn in Thüringen? Ohne auch nur an einer Stelle mit AfD oder Nazis in Kontakt zu kommen. Und meine Paranoia, dass die das mitkriegen. Und dass dann irgendein Scheiß passiert, worauf ich echt keinen Bock habe. Das ist richtig Arbeit. Habt ihr dann in Könnewitz geheiratet? Nee, nee, nee. Wir haben in Thüringen geheiratet. Und ich habe ja dann irgendwann mal so aus Spaß gesagt, eigentlich könnte ich jetzt so eine Event-Agentur aufmachen für Linke und Linksradikale für Thüringen. Also ich kann sagen, wer nach Hause kommt, Haare und Gedöns macht, wo man keine Sorge haben muss. Ich kann sagen, wo man feiern kann, wo man die Blumen herkriegt, wo man übernachten kann, ohne dass... Nazi-freie Blumen. Nazi, so eine Event-Agentur, die sozusagen für Linke und Linksradikale taufen, Hochzeiten, Jugendweihe, Konfirmationen, es gibt es noch Beerdigungen und, und, und organisiert, die sich um sowas kümmern. Und das ist, glaube ich, für Ostdeutschland, könnte das ein Geschäftsmodell sein. Weil... Ich stelle mir auch gerade vor, dass du dann natürlich standesgemäß ein rotes Hochzeitskleid an hast. Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Wenn schon, denn schon. Macht mal richtig. Nein, aber Bengalos und alles. Wir beide haben auch schon mal eine Hochzeit imaginiert. Ja, okay, aber wir lachen erst mal. Nein, der Rest ist auch... Wir sagen immer, was auf der Hochzeit passiert ist. Bleibt auf der Hochzeit. Das ist doch so. Ja, total, genau. Wir beide haben auch schon mal eine Hochzeit imaginiert im Podcast, denn Harti ist mit meiner Mama verheiratet und ich mit seiner. Ja. Und was hattest du an? Du warst komplett in grün. Genau, komplett in grün. Ich hatte einen goldbesetzten Paillettenanzug. Und deine Mutter hat sich für die Freiheit entschlossen, die Zeremonie komplett nackt zu vollziehen. Ja, genau. Sie dachte aber, so haben wir das dann weiterentwickelt, dass der Rest auch nackt wäre. Deswegen war sie ein bisschen perplex. Sie dachte, das wäre so ein Body-Positive-Heirats-Event. Jetzt lachen wir über die gleiche Scheiße nochmal zehn Folgen später. Ja, vor allem. Ist doch in Ordnung. Ja, total. Nein, also meine... Ich will mich trotzdem nochmal an das eine Thema andocken. Meine Freundin, die schreckt vor Heroisierung zurück, aber sie sagt, du kommst ihr einer Heldin am nächsten. Weil sie sich auch... Natürlich, du für dich nicht. Du kennst dich ja mit allen Unebenheiten. Aber man romantisiert ja auch Menschen. Also ich will jetzt auch nicht für sie sprechen, aber trotzdem hat sie sich auch viel mit den NSU-Prozessen beschäftigt, die du ja auf thüringischer Landtagsebene mit aufgeklärt hast. Und in dem Zuge, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, beschäftigt man sich ja auch mit dem Ort, an dem du groß geworden bist. Und das war ja Beate Zschäpe, Uwe 1 und 2, also Böhner und Mundtot relativ... Mundtot finde ich gut. Mundtot ist echt geil. Mundtot. Mundraub. Mundlos. Mundlos. Ich finde alle drei Varianten geil. Tino Brandt und wen es da noch gibt. Also das ist ja, kann man sagen, das ist so ein bisschen exemplarisch für das Umfeld, in dem du groß geworden bist, was du erlebt hast. Auch diese, ich fand, atmosphärische Gewalt, der flasht mich mega, der Begriff, härtet das ab? Oder bist du von der Grundprägung eher jemand, der Ängste abstrahieren kann oder gar nicht auf vorderer Ebene wahrnimmt? Oder ist deine Überzeugung, ich weiß, ich bin schlimm, mit so vielen Fragen auf einmal, oder ist deine Überzeugung so stark für die ganzen Werte, die dein Humanismus mit sich bringt, dass du das Angst, also auch speziell Angst vor physischer Gewalt oder atmosphärischer Gewalt überordnest? Ich glaube, du musst mich unterbrechen, wenn ich irgendwas vergesse oder müsste nochmal dran erinnern. Also ich glaube, es geht schon eher los, nicht erst in Jena. Also wir sind, ich habe ja vorhin gesagt, Pfarrerstochter, vier Kinder und aufgewachsen in Erfurt und Merseburg bis zur Wiedervereinigung. Und als Pfarrerskinder mit Eltern, die sich klar oppositionell engagiert haben, nicht bei den jungen Pionieren, nicht bei den Tellmann-Pionieren, so diese ganze staatlich verordnete Gruppendynamik sozusagen nicht mitgemacht, gab es so eine gewisse Form der Ausgrenzung schon zu DDR-Zeiten bei gleichzeitiger Wahnsinnsstärkung durch unsere Eltern und deren Umfeld und dann die Kinder, die dort waren. Also einfach, man hat andere Gestaltungen innerhalb Freizeit oder was auch immer gehabt und auch gleichzeitig so dieses, das ist gut, was du machst, ist okay. Also die Anerkennung, nicht darauf angewiesen zu sein, die Anerkennung aus einer Mehrheitsgruppe bekommen zu müssen, weil man auch woanders Anerkennung herbekommt. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Sache, die unsere Eltern geschafft haben, uns weiter und rüber zu geben. Das ging ja dann sogar so weit, dass ich zur Gruppenratsvorsitzenden gewählt wurde, obwohl ich gar nicht beim Pionieren war. Das war so eine Art Eklat. Weil die dich ansaugen wollten? Nee, nee, die Klasse hat mich gewählt. Ach, krass. Das war so anderthalb Jahre vor, also welche Klasse war ich denn da? Vierte, Vierte, Fünfte oder sowas? Da wurden halt, ja, fand halt Gruppenratsvorsitzes, heute im gewissen Sinne Klassensprecher, aber war halt so, man musste ja Pionier eigentlich sein dafür und irgendjemand hatte mich vorher gefragt, ob ich nicht das werden will und bei mir war gar nicht bewusst im Kopf, ich brauche dafür dieses blaue Halstuch, und hab nur gedacht, ja, das kann ich und dann hab ich halt gesagt, ja, ich wär dazu bereit und dann hat die Klasse gewählt und die Klassenlehrerin hat gesagt, ja, die Klasse hat so entschieden und danach gab's Stress, weil, ähm, es geht ja nicht, dass so, das Kind, was da nicht reingehört, jetzt plötzlich die Gruppe anleitet oder dirigiert oder die Gruppe vertritt oder wie auch immer man das nennen will und bei den Fahnenappellen mussten wir in den letzten Reihen stehen, damit man nicht sieht, dass wir keine Halstücher umhaben, ähm, also so, schon, heute würde man das, glaube ich, Ausgrenzung nennen, für mich war das damals so eher der Normalzustand und dann auch so komische Sachen im Schulhof abgefangen werden von den Neunklässlern und angerotzt werden, weil man halt nicht bei den Pionieren ist. auch krass, ja, und dann nach Hause gehen, kurz heulen und gar nicht so richtig zum Heulen kommen, weil in dem Moment die Eltern mit einer Mega-Power in die Schule stürmen, ähm, sich die Neunklässler schnappen und die so zusammenstauchen, dass die danach, also so, wo man danach denkt, okay, ist alles wieder gut. Das ist so krass, wenn dein Elternhaus so hinter dir steht oder da so krass von arbeitet. Also das ist, glaube ich, so die Vorphase, die da, die auch ein Stück weit mitentscheidend ist und die 90er, wir sind 90 umgezogen nach Jena, da war ich 12, genau, ja, 12. Ähm, und am Anfang hat mich das so gar nicht, klar, das kriegst du in dem Alter ja auch gar nicht so mit, ne, wer ist jetzt rechts, wer ist links oder sowas, sondern zwar eher, oh, die sind bedrohlich oder die sind komisch, ähm, die gucken immer so böse, die gucken Lothar, also meinem Vater, immer so böse an und das kannte ich aber schon von DDR-Zeiten, ähm, dieses böse oder auch verächtlich Gucken und ich hab mir als Kind angewöhnt, Indianerblick durchzuhalten, weil ich der, so als Kind der Überzeugung war, wenn ich länger gucke, ohne zu zwinkern, haben die verloren und die gucken nie wieder meinen Vater. Das wäre ein Stardown, also total bekloppt, das hab ich aber bis heute noch, so, wenn Faschos so auch versuchen, bedrohlich zu gucken, ich guck einfach zurück mit einem mega starren Gesicht und ignorier null drauf, äh, nicht ignorier, äh, reagier null drauf, totale Ignoranz, bei Gleichzeitiger so, das ist wirklich, finde ich aber klasse, das ist auch eine klasse, das ist eine klasse Technik, weil der wäre es dann auch so scheiße, ich kann jetzt nicht weggucken und wenn der dann aber so wegguckt, das sind schon, die verlieren. Ja, klar, voll. Also für mich ist das immer, es ist blöde, weil die verlieren natürlich nicht, aber das ist immer so, eh. Das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Für mich ist das schon verlieren, weil die Frage ist ja, der böse Blick, hast du den wirklich notwendig, wenn du dir wirklich selbstsicher bist? Ich habe keine Laseraugen. Ja? Ich auch. Aber nur ich, so ist tot. Warum hast denn du das nicht mal in einer der Dokus zur NSU gesagt? Es wäre so richtig random, bist du noch ganz, ganz normal, eloquent und dann zum Schluss, ich hätte gerne Laseraugen. Ja, Alternativvariante, ich hätte gerne USB-Anschluss für den Kopf. Auch geil. Ich hätte gerne externen Magen, den man via USB anschließt, weißt du, weil ich manchmal gerne noch einen dritten Teller essen würde und dann einfach zu... Ja, aber guck mal, der hat sich los in den Kopf, ist mega... Nein, ich meine das im Ernst. Also ich meine, es wird so viel erfunden. Ja. Ich hätte gerne... Warum findet man nicht mal sowas? Nein. Es brauchen so viele Leute immer mal wieder irgendwelche Infos, von denen ich weiß, ich habe die. Ja. Ich muss mich aber hinsetzen... Wie heißt Uwe Mundlos wirklich? Zum Beispiel. Ja gut, Uwe Mundlos halt. Aber das ist noch einfach. Aber wo ich mich hinsetzen muss, das aufschreiben muss, das irgendwie vorkramen muss und auch so hochholen muss, wo ich weiß, die Information ist vorhanden, aber die ist gerade nicht aktiv. So, und wenn ich dann so einfach... Da. Das wäre praktisch. Das wäre mega geil. Aber das ist ja... Du kannst ja auch nur auf... Wie war denn das? Auf 10% deines Wissens aktiv zugreifen. Ja. Mit USB-Anschluss für den Kopf könnte man das wahrscheinlich erhöhen. Wirklich, oder? Also 90er zurück, jener. Ich glaube, mit 14 bin ich das erste Mal zusammengeschlagen worden. Und da war ich vollkommen, was ich damals dann irgendwann auch selber als so spießbürgerliche... Nee, das hieß bei uns anders. Das hieß nicht spießbürgerliche Jugendliche, sondern es hieß normalos. Mit so einem ganz verächtlichen... Stilmus. Normallos. Ja, ja, ja. Und da war schon der Grund einfach, das ist die Tochter von... Deswegen zusammenschlagen. Und danach war so... Klar, irgendwie... Okay, da muss man... Also ich habe ja nicht die Wahl, mich zu entscheiden, sondern ich bin entschieden worden von außen. Und das heißt dann auch, was machen zu müssen. Und ab dem Moment habe ich es mitbekommen, sehr aktiv mitbekommen. Und diese... Ich würde das schon trennen, die Stadtteile in Jena, Lobeda-Winzala, war nicht nur atmosphärische Gewalt, das war massive, pure Gewaltausübung. Lobeda ist dieses... Lobedaubau-Viertel, genau. Wo man in der Schnellstraße, in der Autobahn... Ja, das ist eigentlich voll exemplarisch. Da weißt du, hallo, Jena. Ja. Dann gab es die Versuche von den Vierteln, sozusagen weitere Viertel auch mit Gewalt zu erschließen. Und aus dem Stadtzentrum sind sie zurückgedrängt worden. War krass. Das heißt, es gab die Versuche dieser atmosphärischen Gewalt, ich mache es mal an dem Beispiel. André K., einer der Unterstützer des heute so bekannten NSU, ist irgendwann ins Stadtzentrum gezogen, 98, 99 oder sowas in der Richtung 200 Meter weg von der JG Stadtmitte, wo so Leute, die sich links engagiert haben, alternativ waren, treffen konnten, was machen konnten, Konzerte waren und, und, und. Und da kann man natürlich drüber reden, dass der da hingezogen ist. Der war aber nicht nur dort wohnhaft dann, sondern der ist dann auch mit seinen Faschho-Freunden durchs Stadtzentrum gegangen. Das ist Gewaltausübung, ohne dass jemand blutet, weil plötzlich andere nicht mehr da sind, andere nicht mehr frei sein können, sondern immer so ein, wer kommt, wer ist da. Und sich auch so eine Stadt, Straßenatmosphäre verändert. Dann hat irgendwann sein Auto gebrannt. und dann ist er weggezogen. So, und ich finde, das ist immer so ein Beispiel, wo man mal drüber reden kann, welche Gewalt, es ist sehr einfach zu sagen, ich lehne Gewalt ab, ja. Das ist genauso einfach, wie zu sagen, Kriege sind schlecht. Aber es ist irgendwie so ein Luxus der Nicht-Betroffenen, finde ich. Also diejenigen, die noch nie so eine Form von atmosphärischer oder auch körperlicher Gewalt erlebt haben, sind sehr schnell dabei zu sagen, ich bin gegen jede Gewalt. Ich finde viel wichtiger zu wissen, dass, wenn man Gewalt ausübt, die Gewalt einen auch verändert. Und man sich bewusst werden muss, dass Gewalt kein Selbstzweck ist. Sondern also nicht, weil ich es geil finde oder sowas. Aber dann, was ist denn, Polizei hat nichts gemacht, wenn sie gekommen sind in die Stadt, hat, wenn sie verfolgt haben, die sind ja mit Autos bewaffnet, nachts, abends nach unserem Plenum rumgefahren, um die Leute abzufangen auf dem Nachhauseweg. Da kann man drüber reden, das findet man nicht gut. Ja, es nützt nur nichts. Wenn man Polizei ruft, die kommt nicht. Wenn sie gekommen ist, haben sie unsere Leute verhaftet. Also das ist so krass, was da in den heutigen Jahren war. Wären das auch die gleichen Leute gewesen, die dir den Polizeischutz gestellt hätten? Das kann man ja nicht wissen, wer. Also da kommt ja bei mir das nächste Ding dazu, das so aus... Es gibt mittlerweile ein paar positive Erfahrungen mit der Polizei. Mir wird immer wieder unterstellt, ich würde die gesamte Polizei hassen. Das ist Quatsch. Also weil es mir auch zu einfach, einfach zu sagen, ich hasse die Polizei. Aber es ist halt bei mir eine sehr hohe Prägung von Gewalt durch Polizei. Und zwar jetzt gar nicht nur direkt bei mir, sondern auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und gleichzeitig, ihr habt in den 90ern nichts gemacht, wo ihr was hättet machen können. Also als ich zusammengeschlagen wurde, ich habe denen gesagt, wer es war. Das war die beste Freundin von Beate Zschäpe. Ich habe den Namen gesagt. Es gab nichts danach. Es gab keine Ermittlungen, es gab kein Gerichtsverfahren, es gab nichts. Als ich das zweite Mal zusammengeschlagen wurde, bin ich zur Polizei und die haben mich einfach gleich wieder weggeschickt. Die haben nicht meine Anzeige aufgenommen. Freunde von mir sind von Nazis gejagt worden und sind sozusagen direkt zur Polizei hingerannt, um sich da zu verstecken, um Schutz zu bekommen. Ich habe denen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Alter. Also das ist so, klar, das sind 90er-Erfahrungen und mir ist schon bewusst, das ist heute so nicht mehr. Aber wie kriege ich denn diese Erfahrungen durch andere Erfahrungen überlagert? Und da ist so, hallo Polizei, das ist als erstes eine Aufgabe für euch und nicht für mich. Also nicht ich muss die Positiv-Momente suchen, sondern ihr müsst sie schaffen. Und das sind halt dann so Dinger, die dann auch im Heute laufen. Hessen, NSU 2.0, was weiß ich, kriegt man ja mit. Nazipolizisten, gibt es genügend. Dann die Innenminister, die kontinuierlich erklären, es gibt keinen Rassismus. Ja, das sind halt dann keine Erfahrungen, die diese alten Erfahrungen überlagern und neue sozusagen schaffen, sondern das ist eine Bestärkung. Und da würde ich mir auch mal von Polizei wünschen, dass sie mal probieren, sich in diejenigen hinein zu versetzen, die diese Erfahrungen machen oder gemacht haben und nicht mal mit diesem Ablock-Mechanismus und Chorgeist und Generalverdacht. Das ist auch geil, dass hier das Erste, was jetzt installiert worden ist, eine Soko-Links gewesen ist, hier in Connewitz oder in Leipzig speziell. Also genau solche Sachen. Also es ist ja dann nicht nur die Polizei, es ist ja auch die Politik. Und irgendwie sind immer alle total freundlich und zurückhaltend und bloß nicht die Polizei zu sehr kritisieren, weil, weiß ich nicht, könnte Wählerpotenziale verschrecken. Ich denke mir so, Mann, Leute, entweder wir leben in einer offenen Gesellschaft und ja, das machen wir, dann kritisiere ich aber jede Berufsgruppe, jede gesellschaftliche Gruppe ohne Rücksicht auf was auch immer. Also ich kritisiere doch, ich kritisiere doch jetzt analog zum Beispiel zur Polizei, kritisere ich doch genauso auch beispielsweise Politikergruppen. Mache ich selber häufig, werde auch selber häufig. Die Politiker, ihr kriegt doch. Das ist doch keine, Mann, reißt euch mal. Ich muss mich mal ein bisschen und für ähnlich tickende Zuhörer einfacheren Gemüts, die nicht die einzigen sind, wie unser schöner Podcast heißt, das irgendwie ein bisschen zu sortieren. Das Erste ist, ich glaube, man kann sich so ein bisschen aus deiner Antwort ableiten, was dazu geführt hat, dass deine Angst für dich in den Griff zu bekommen ist, weil jemand hätte sich ja auch, der die Gewalt erlebt hat, zurückziehen können, einigeln können, was bei dir eben nicht passiert ist. Ja, so bei dir ist das Gegenteil passiert, was ich, das ist einfach wie eine konsequente Antwort an das Leben. Also das, das resümiere ich raus. Das ist ja auch dein Lebenswerk. Ach, Lebenswerk, das klingt immer so pathetisch und so hoch. Ja, sorry, ich bin manchmal pathetisch. Kalenderspruch, Edgar. Leben, ja, es ist so das Leben, ja. Ich glaube, ein Haufen Leute in den 90ern und da sind deine Eltern eigentlich die Base, oder? Wenn du sagst, oh, Vertrauen. Ja, definitiv. Aber so dieses, auch man hat ja keine Wahl. Also wenn man sich, das, selbst wenn man sich zurückgezogen hätte in den 90ern, wäre das noch lange keine Sicherheit gewesen. Dafür, dass man nicht angegriffen wird, nicht zusammengeschlagen wird. Das heißt, die Variante, was sich zu schützen war, andere Leute suchen in antifaschistischen Gruppen oder auch einfach nur in Kulturgruppen organisieren. Telefonketten, alles, was es damals gab und dann halt, ja, auch mal den Rückschlag zu machen. Ja. weil mit sozialpädagogischen Methoden ist man in den 90ern den Nazis nicht beigekommen, sondern die Sprache, die sie verstanden haben, war die Sprache der Gewalt. Geil. Gut, dass du es nochmal sagst. Also nicht geil, dass es sich so entwickelt hat, aber mir hat dieser Satz, Gewalt ist kein Selbstzweck, gefallen. Also ich bin, ich habe das auch schon mal erlebt, ich wurde auch schon mal majestätisch von drei Leuten zusammengebucht, aber würde dann eher doch in die Kategorie des Menschen fallen, der Gewalt sieht, von mir aus auch aus der Ferne und das ablehnt, weil ich so einfach nicht ticke. Also ich habe mich noch nie, also ich war maximal defensiv und habe noch nie in mir proaktiv das Bedürfnis gespürt, jemandem Gewalt anzutun. Habe es aber halt auch schon echt krass aus erster Reihe erlebt und kannst du das für mich ein bisschen verfeinern? Also Gewalt ist kein Selbstzweck. Also wenn du einmal, in welchem Kontext hast du das gemeint? Wenn du einmal in diesem Pool drinne bist, wenn du einmal in dieser Bedrohung lebst? Ich will mal kurz, bevor du jetzt auf die Frage antwortest, die Geschichte hatte ich nämlich vorhin auch noch im Kopf. Wir hatten ja vorhin schon mal über diese Gewalt gesprochen und dass man da nicht pauschalisieren kann. Da hast du tatsächlich auch einen relativ großen Einfluss auf mich gehabt, weil ein Thema du irgendwo schon mal propagiert hast, ich glaube auch wieder bei Instagram, wo ich es gelesen habe und dann, wo ich selber noch mal drüber nachgedacht habe, dass es so Freiräume gibt, wie zum Beispiel Connewitz, wo man sich als Linker oder sich links fühlender Mensch irgendwie bewegen kann. Das wurde ja mehr oder weniger blutig erkämpft, genau. Und deswegen bin ich, also vorher, bevor ich das von dir gehört hatte so, habe ich auch immer gesagt, ich lehne Gewalt ab. Ich habe es nicht so pauschalisiert, dass ich Linke Gewalt genau so schlimm finde wie rechte Gewalt, aber dass ich halt prinzipiell körperliche, jemanden anderes körperlich zu schaden, dass ich das prinzipiell abgelehnt habe. Aber das stimmt ja, das hat ja jemand erkämpft, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier zu sitzen und dass wir, dass da ein Stein auf dem anderen bleibt bei uns am Körper. Und dass man rausgehen kann, ohne dass da... Genau. Und das ist halt eben auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, krass, das stimmt. Und dabei ist es aber, glaube ich, echt wichtig, auch für sich selber zu wissen, ich mag Gewalt immer noch nicht, aber ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Wege des, ich sage mal, des linken Aktivismus. Der eine kann ja zum Beispiel sein, dass man wie du, du kannst dich sehr gut artikulieren, so, was ja auch ein Kampf ist, ein sehr wichtiger Kampf sogar ist, genauso wie es halt eben auch wichtig ist, dass man sich verteidigen kann, wenn jemand anderes kommt und dir Schaden zufügen will, einfach so. Und das sind ja, das sind ja verschiedene Pfeiler der, ich möchte ja schon fast sagen, der Gesellschaft, der eigentlich dir irgendwie notwendig ist. Also es geht nicht darum, würde ich dir zustimmen, es geht nicht darum, Gewalt sozusagen, diese Gewaltgeilheit kann ich nicht ab. Ich kann es nicht ab, wenn so ein Mackerverhalten auch stattfindet. Dann kommen halt mal Leute, die ich oft genug auch sehr schätze für ihre Fähigkeiten, aber die treten dann halt zu fünft auf und sofort ist klar, wer jetzt hier die Ansagen macht. Ja, genau. Das, ich selber will keine Gewalt ausüben. Ich glaube aber, wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir Gewalt ausüben und dass Gewalt eben nicht nur stattfindet, weil ich mit der Faust zuschlage oder sowas in der Richtung. Wenn ich aber als einziges Mittel und einzige Methode nur noch die Gewalt habe oder auch, wenn ich es geil finde, dass ein Mensch unter mir liegt und blutet und ich weiter zuschlage oder zutrete oder dass ich ohne Grund, ohne Anlass einfach so einen Menschen zusammenschlage, das ist ein No-Go. Absolut. Für mich ist es nur immer, ich kann dieses, wir sind gegen Gewalt und Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Beturbisch. Ja, passiert ja ständig. Das ist eine schöne Utopie. Und natürlich würde ich auch immer sagen, Gewalt sollte kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein und das ist ein Ziel, wo wir hinkommen müssen. Man kann auch die 90er nicht mit dem Heute vergleichen. Das wäre falsch. Und bei mir ist viel Erfahrungshintergrund 90er Jahre. Und da würde ich einfach sagen, Leute, wenn da Menschen keine Gewalt ausgeübt hätten, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde oder ob mein Vater... In einem Spotify-Original-Podcast. Oder ob mein Vater, der mehrfach massiv zusammengeschlagen wurde, nicht irgendwann auch getötet worden wäre. Oder ob Leute, die massiv von Nazis zusammengeschlagen wurden, nicht irgendwann wieder die Chance gefunden hätten, sich doch weiter zu engagieren. Da sind Menschen für uns, sag ich jetzt mal, in eine Vorstellung gegangen und haben diese Verteidigung eines freien Raums übernommen, weil die Behörden, die das Gewaltmonopol besitzen, das Gewaltmonopol nicht ausgeübt haben. Zumindest nicht im Umgang mit rechten Strukturen. Und weil diese Behörden nicht nur absolut versagt haben, sondern zum Teil sogar diese rechten Strukturen mit groß gemacht haben. Und keine Ahnung, aber ich bin diesen Antifaschisten und Antifaschistinnen der 90er und auch der 2000er, ist es ja auch zum großen Teil noch, ich bin denen unfassbar dankbar für das, was sie verteidigt und erkrankt haben. Und das ist immer so, weiß ich, Jena gilt als die linke Stadt in Thüringen und Vielfalt und Demokratie und divers. Und es ist wirklich so, in Jena kann man sich ganz anders bewegen. Die Geflüchteten versuchen, alle nach Jena zu kommen. Weil sie wissen, dass es ein viel entspannteres Leben ist, einfach nur so vom Durchatmen, wenn man das Haus verlässt. und da nicht vergessen, wie dieses Jena entstanden ist. Und das hat halt viel damit zu tun, dass sich Leute auch unter dem Risiko, dass sie selber dabei Verletzungen erfahren, dafür eingesetzt haben, dass es erstmal ein Stadtviertel gibt, in dem man sich frei bewegen kann, wenn man nicht rechts orientiert ist. Und dann so Stück für Stück immer weitergegangen. Bei gleichzeitiger Verbindung in die Mitte der Gesellschaft hinein. Sodass es irgendwann in Jena, das ist ja in Leipzig im größeren Stil, aber ähnlich normal wurde und auch so ein gesellschaftlicher Standard wurde, gegen rechts zu sein. Aber das ist das heute. Die Geschichte darf man halt einfach nicht unterschätzen. Und das ist so einfach nur wie Legida, glaube ich, beim ersten Protest. Wie viel? 25.000 Leute oder sowas dagegen auf der Straße hier in Leipzig? Ich bin da im Dresdner Raum noch gewesen. Oder noch mehr. Das gab es noch nie in Dresden. Das ist so. Und da einfach mal die Unterschiede sehen, wie kann ich in der Stadt leben? Das nimmt nichts von Dresden-Neustadt und das nimmt nichts von den Problemen, die es auch in Leipzig in Stadtvierteln gibt. Aber wie positioniert sich eine Stadtgesellschaft? Der Kreis 1 und 2 hier so ein bisschen einteilen. Dresden-Neustadt wird auch zunehmend merkwürdig. Ja, aber es ist, das lässt sich halt, es wäre schön, wenn das nur mit, sozusagen, gewaltfrei lösbar wäre oder lösbar gewesen wäre. Ist das, was du gemeint hast mit Gewalt, ist kein Selbstzweck, wenn man aktiv gegen Gewalt vorgeht? Na, für mich ist die Form der Gewalt, die in den 90ern angewendet wurde, auch proaktiv angewendet wurde, ist eine verteidigende Gewalt. Ich warte nicht darauf, bis sie diesen Stadtteil übernommen haben und die nächste national befreite Zone besteht, sondern ich beginne die Verteidigung, bevor sie da sind. Aber Gewalt als reiner Selbstzweck existiert schon, ne? Ja, ja, ja. Aber es, finde ich, also, ich weiß nur, G20 zum Beispiel, Hamburg, krass, was da gelaufen ist und meine erste Aussage danach war damals, fatale Gewaltgeilheit. Die da war. Aber auf, nicht nur auf einer Seite, sondern, aber das ist schon krass. Und da sage ich so, nee, Leute, also so kriegen wir es halt auch nicht hin, wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, wenn wir diese Gesellschaft freier machen wollen. Dann funktioniert das nicht über die Selbstzweck, weil Gewalt geil ist oder weil Gewalt Gewalt, wie auch immer. Nee, dann muss es eine sehr kritische Hinterfragung geben, wenn man in Betracht zieht, Gewalt anzuwenden und dann immer noch die Unterscheidung, Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen. Also, definitiv. Total, ja. Wollen wir eigentlich noch über das Zitat reden? Wir reden noch über das Zitat. Wir reden über das Zitat. Wie gesagt, ich mag, ich liebe die Waving the Guns-Zeile, die habe ich auch im Waving the Guns-Interview zitiert und sie verbreiten die mehr, dass gegen die Scheiße zu sein, das Gleiche, wie die Scheiße wäre. Also, das ist, aber ich glaube, den Konsens, den müssen wir nicht weiter beleuchten. der steht hier im Raum. Ich hatte noch vorhin den Gedanken gehabt, es gab auf dem President-Album gab es auch so eine Zeile, wo er, oder gab es das gesamte Lied drüber, dass sich ja jeder über irgendwas empören will, was ja eigentlich fast schon dem Zitat ein bisschen entgegensteht, aber man empört sich ja dann bloß über irgendwie, anscheinend über die falschen Dinge. Also man empört sich ja dann... Redest du über zwei verschiedene Arten des Gutseins? Ja. Also das geht dann halt eben da drum, dass, also in dem Lied erzählt President davon, dass, hoffentlich, fass ich es jetzt richtig, du bist da ein bisschen tiefer in dem Thema drin. Ich gar nicht. Nee, gar nicht. Deswegen... Deswegen versuche ich dich gerade abzuholen. Das Lied spricht im Prinzip... Nee, machst du es mal gleich. Nee, ich weiß ja nicht mehr. Das ist ja Sozialfädagoge. Nee, aber das ist düst. Nee, ich versuche dich mal dort abzuholen. Ich bin nicht so... Du musst... In dem Lied geht es ja im Prinzip darum, dass jeder will sich ja wichtig fühlen irgendwie. Jeder will ja gehört werden und jeder hat ja auch die Möglichkeit, sich über irgendwas zu empören. Und das machen ja dann auch viele. Also jetzt quasi... Also ich glaube, President hat auf dem Album, ihm wurde dort, das ist ein Wuppertaler Rapper, dem Rechtsintellekt, also dem wurde dann, er wurde dann als Rechtsintellektuell nach dem Album bezeichnet, weil er auch hart oder harsch ins linke Lager oder zum Beispiel in die MeToo-Bewegung rein ist und auch viele kritisiert hat, die ihren eigenen Struggle innerhalb dieser Bewegung instrumentalisieren. Und er hat dann halt auch diese Arten des Gutseins persifliert. Und dafür wurden ihn... Dafür wurde ihm... Er wurde krass angegriffen, warum er sich denn auf solche Leute stürzt. Weil die sollten ja jetzt nicht wirklich das Problem sein. Aber ich glaube, er wollte sondieren, dass jeder, was du gerade gesagt hast, sich in jeder Bewegung, Instrumentalisierung und auch persönliche Empörung mit abspielen und auch davon Gebrauch machen. Aber ging es da um Identitätspolitik? Oder... Nee. Nee, ich glaube nicht. Also da ging es eigentlich um so eine... Also das, was wir vorhin kurz angerissen hatten mit den Schützengräben, die halt eben immer zuhause gehoben wurden. So, dass man dann halt eben eigentlich innerhalb einer Community sich noch mehr verzweigt. Und genau. Ja. Und dass man dann da so immer mehr so Gegennannte schießt, möchte ich auch fast sagen. Das ist auch manchmal sehr anstrengend. Total. Total. Zumal auch viele Leute immer so ein gewisses Stigma ableiten möchten. Wir haben in der letzten Folge über einen Tweet von J.K. Rowling, der Harry Potter-Autorin, gesprochen, die sich dagegen gewehrt hat oder hämisch dagegen gewehrt hat, dass Frauen pauschalisiert jetzt mit Menschen, die menstruierend bezeichnet werden. Und die Angst davor hat, dass geschützte Räume, sowohl mental als auch geografisch, für Frauen angegriffen werden durch Menschen, die jetzt in psychologisch anderen Geschlechtern diese unterwandern. Und das ist mega schwierig. Da ist ein riesen Eklat losgegangen draus. Viele fühlten sich in ihrem psychologischen Geschlecht angegriffen. Und sowas speist dann auch durch Einzelgeschichten, wie dieser eine Typ, der einen Schönheitssalon verklagt hat, weil sie eben die Eier nicht wachsen wollten. Während das dann halt auch schon wieder eine Form der Belästigung ist. Und wenn du dir das dann reinziehst, das Ganze war noch unterwandert mit oder durchsetzt mit anderen Anekdoten, wie unnotwendig das ist. Wie viele Riegen sich wieder schon unter einem Banner versammeln und neue Kriege anzetteln und du denkst dir halt... Welche Luxusdebatten an unterschiedlichen Stellen geführt werden. Das meint jetzt nicht, dass... Meint jetzt nicht die Gender... Also damit meine ich nicht die Genderdebatte, die notwendig ist. Aber das ist manchmal auch so... Also... Wenn ich richtig wütend bin und so bestimmte Sachen mitbekomme, denke ich mir immer, ey, sag mal, habt ihr gerade nichts zu tun? Also kriegt ihr mit, was an bestimmten Stellen los ist? Da werden Leute umgebracht aufgrund ihrer Hautfarbe. Da werden Menschen zusammengeschlagen, weil sie Nazis, AfD, wem auch immer nicht ins Weltbild passen. Und können wir vielleicht erst mal dahin kommen, dass Leute sich innerhalb Deutschlands, weil wir ja... Wir können jetzt noch nicht weltweit... Das können wir auch machen. Aber dass Leute sich sozusagen an unterschiedlichen Orten auch wohl und frei und zu Hause führen können. Können wir erst mal das machen. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Und können wir mal aufhören... Ja, nee, das sag ich nicht. Dann kriege ich wohl irgendwelche dummen... schwierigen Mails und was... Wisst ihr, warum ihr beide auf dem Sofa übrigens sitzt? Weil ihr die beiden Personen seid, die einen Wikipedia-Artikel haben. Echt? Das ist quasi der... Der Nicht-Wikipedia-Artikel-Studio. Ach, stimmt doch. Ja, ja, ja. Genau. Da steht... Da steht... Da habe ich immer mal gefragt, wer den geschrieben hat. Viele wahrscheinlich. Also da können ja viele dran arbeiten. Ja, aber ich meine jetzt in Persona. Ja, ich... Bist du selber d'accord mit dem? Kennst du ihn? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt reingeguckt habe. Ich glaube... War es gestern oder vorgestern? Nee, ich habe... Nee, nee, nee. Ich habe... Ich habe keine Startseite im Browser. Nee, nee, nee. Ja, nee, 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 nee. Ja, nee, nee, nee. Pst, 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 ich zeige dir nachher. Nein, aber ich glaube, vor einem Monat, zwei Monaten oder sowas in der Richtung, weil mir mal wieder jemand gesagt hatte, dass er bei Google Katharina König eingegeben hat und dann Google Vorschlagsuche kam, Ehemann, Hochzeit, Bilder, Hochzeit. Und ich habe es dann Olli gesagt und gesagt, hier, guck mal, kannst du richtig Kohle machen mit, höchstenscheinlich mit Fotos oder sowas. Nee, und da habe ich dann geguckt, ob da eigentlich bei Wikipedia steht, dass ich verheiratet bin. Ja. Und ob die ein Datum haben, seit wann ich verheiratet bin. Und? Haben sie es? Ich glaube, Datum haben sie nicht. Nicht, dass... Also, klar, oder? Hat jemand ein Handy an? Nee, alles für Luke-Modus-Besorgung. Aber es ist ja auch relevant am Ende. Nein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war so vor einem Monat oder sowas in der Richtung. Da steht auch, dass du die Originalrequisite aus dem ersten Star-Wars-Film besitzt, von Luke Skywalker's Laserschwert. Nee, das ist die andere Katharina König, die Rennfahrerin. Ah, gibt es eine Rennfahrerin? Gibt eine Rennfahrerin, die Katharina König. Ich glaube, bei der steht das aber auch nicht. Ich habe mir das nur ausgedacht gerade. Ich wollte gerade eben sagen, du fährst dir doch jetzt gerade hier aufs Glatzeis. Wie eine Eisläuferin. Hui. Abgeblockt. Nee, aber da steht zum Beispiel auch, dass du ein Jahr in Israel warst. Zum Beispiel. Also ganz plumpe Frage. Was hat das mit dir gemacht? Ich war als... Wie alt war ich? Ich war als 17, glaube ich. Da war ich mit der JG zu so einem Jugendaustausch. Also war das um die 2000 Euro? Nee, das war 16... Danke, dass du mich so jung schätzt. Nein, nein, das war 96. Danach habe ich so irgendwie, oh, ich will da wieder hin. Das so ein paar Leute kennengelernt, aber eher Bekanntschaft mit... Wo warst du denn direkt? Direkt Jerusalem? Nee, der Austausch war so quer durch Israel und durch die palästinensischen Gebiete. Und dann habe ich mich sozusagen so, ich kann ja nach dem Abi da runter gehen und habe mich dann an allen möglichen Einsatzstellen beworben und im Vorfeld war gar nicht klar, wo ich hinkomme. Sondern da war dann so ein Einführungsseminar zwei Wochen in Jerusalem und da gab es dann unter anderem eine Einrichtung für Holocaust-Überlebende. Oh, krass. Und so ein Elternheim, also schöner Begriff, ne? Das heißt Elternheim, nicht Altersheim, sondern... Elternheim, das ist echt schöner. Wie Kindergarten, Elternheim. Also fand ich einfach gut, so die Begrifflichkeit. Und da bin ich dann hin. Und da war ich, die hatten zwei Stationen, eine sogenannte Selbstständigenstation und eine Pflegestation. Und wir waren zu zweit, sind auch beide gut, bis heute gut miteinander klargekommen. Und ich war auf der Pflegestation und meine Mitvolontärin auf der Selbstständigenstation. Krass. Ja, krass. Also angefangen von die eintätowierten Nummern über ältere, ganz alte Frauen auch, die sieben Sprachen durcheinander gesprochen haben und die halt also in Auschwitz, Auschwitz überlebt haben, nach Israel dann gekommen sind, ihr Leben lang als Krankenschwester dann gearbeitet und immer so eine Stärke, immer bloß nicht. Und dann kommt das Alter, dann kommt, ja, dann kommt auch eine Demenz zum Teil mit dazu und irgendwann diese sieben Sprachen durcheinander. Und dann niemand konnte sie mehr verstehen, außer ihrem Sohn, der die sieben Sprachen in der Zeit, wo sie noch fit war, von ihr beigebracht hat. Sie hat die dann variiert wahrscheinlich. Total durcheinander. Also jüdisch, französisch, hebräisch, englisch, deutsch, polnisch und das fällt mir die siebte nicht ein. Aber herrliche Frau. Und wenn die einen klaren Moment hatte, war das schon Wahnsinn, was sie da erzählt hat. Und so Leute dann aber auch die Sekretärin von Golda Meir, also der ersten Präsidenten Israels, die dort war und die Nichte von Müsern. Also so, wenn man jetzt so die israelische Geschichte betrachtet, das war schon, oh mein Gott, Benjamin Netanyahus Mutter zum Beispiel. Also so, solche Leute waren dort in diesem Heim, ein Großteil von denen halt deutschsprachig ursprünglich gewesen und da im Alter oft die neu erlernte Sprache nicht mehr die präsente ist, sondern das Deutsche kommt, war das auch so ein Ziel von der Einrichtung, dass da Menschen arbeiten, die Deutsch können. Und das ist ein Heim gewesen, dass Holocaust-Überlebende selber gegründet haben, bevor sie alt geworden sind. Weil sie gesagt haben, wir werden, wenn wir alt sind, eine spezielle Unterstützung und Betreuung brauchen. Das ist so krass. Also wenn es ja sowas offensichtlich, wie kommen Leute dazu, Holocaust zu leugnen, wenn das, also selbst wenn man zu der Zeit nicht mal annähernd irgendwie gelebt hat, selbst wenn man erst 20 ist oder irgendwas, aber selbst wenn einfach faktisch das so ist, wie kommt man dazu, das zu leugnen? Ich bin jetzt, ich muss dazu sagen, dass ich unsere Schule, ich habe mit einigen Leuten, das ist das Thema, wo ich in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche am meisten Redebedarf hatte, weil ich jetzt im Alter von 32 das allererste Mal im KZ gewesen bin. Fast alle Leute, mit denen ich drüber gesprochen hatte, die sind im Jugendalter mit der Schule schon mal in einem ehemaligen KZ gewesen. Und ich halt gar nicht so. Und ich habe das jetzt nachgeholt. Ich war in Bergen-Belsen in dem ehemaligen KZ und das ist so, ich bin da sogar zweimal hingefahren. Also ich hatte jetzt Urlaub gehabt, war in Südniedersachsen und bin da das erste Mal gewesen und habe bloß kurz bei Google geguckt, wo ist das? Okay, da gibt es so ein Gelände, da kann man hingehen. Bin da hingefahren mit meiner Freundin und sind da halt eben anderthalb Stunden über das Gelände gegangen, um dann festzustellen, dass es halt ein Museum gibt, wo man nochmal locker vier, fünf Stunden zubringen kann. Und dann sind wir nochmal einen zweiten Tag da hingefahren, weil dann sind halt die ganzen Video-Interviews gelesen, auch teilweise mit Leuten aus Jerusalem und so. Und die Geschichten, ich saß fassungslos davor und einfach, was die für eine Geschichte durch, das ist so krank, das ist so gestört. Und ich stand dann, ganz kurz bloß der Exkurs, ich bin dann da rausgegangen und bin fassungslos darüber gewesen, wie Leute eigentlich, also wie man als Mensch, der über so ein Wissen verfügt, dass sowas passiert ist, sich hinstellt und zum Beispiel eine AfD wählt, wo halt eben Leute drin sind, die das geil finden, leugnen oder sonst irgendwas halt eben. Und ich bin da... Du kommst immer wieder zu diesem Faszinationsmoment, obwohl wir fast in der Folge so versuchen, das so ein bisschen herzuleiten. Also wie kommen Menschen dazu, die Wissenschaft zu ignorieren? Mein kleiner Neffe, wir waren in Auschwitz und der war elf oder zehn, elf, also schon sehr jung noch und wir sind nicht in die ganz schwierigen Bereiche gegangen und dann hat er irgendwann am Ende hat er Lothar, also sein Großvater gefragt, Lothar, wie wird man Nazi? Und Lothar hat gesagt, ey, wenn wir das wüssten. Und das ist so, dann könnten wir wirklich konsequent und sehr nachhaltig was dagegen machen, wenn wir wüssten, wie man Nazi wird. Und ich glaube, das ist so, ja, wie kann man das leugnen? Wie kann man Menschen weniger Recht zusprechen? Wie kann man sagen, wie kann man Menschen im Mittelmeer verrecken lassen? In dem Wissen, dass sie dort verrecken, wie geht das? Das ist so, und so nicht, weil ich, ich will nicht die Antwort darauf, sondern das ist doch unfassbar. Das ist doch, ich will da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr drüber diskutieren oder Erklärungen versuchen zu finden, sondern ich will, dass es aufhört. Ja. Und zwar alles. Ich will, dass diese Holocaust-Leugnung oder auch nur Formen der Negierung, Verniedlichung und so schlimm war es doch nicht und ach, es waren doch nur, wie viel auch immer. Also es ist so. Gar nicht. Ich denke gar nicht an diese unfassbar große Zahl von sechs Millionen. Das kann sich ja keiner von uns wirklich bewusst machen. Oder dass sich dann irgend solche Typen hinstellen und sagen, ja, aber die haben ja die Autobahn gebaut und dass die dann versuchen, die Autobahn mit diesen Millionen Toten da... Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, und es reicht doch ein Mensch. Ja, zumal der wirtschaftliche Ausbau, also der wirtschaftliche Aufschwung des Dritten Reiches stand ja auch nur in Verbindung mit der Rüstung. die Potenzial geplant war. Also das lässt sich ja auch ganz einfach darlegen. Ich finde, ich habe ja als Sozialarbeiterin sehr lange gearbeitet und da immer diesen Jugendaustausch, den ich früher selber sozusagen als Jugendliche hatte, dann mit begleitet. Und in Yad Vashem war sehr lange ein guter Freund, der mittlerweile leider verstorben ist, der nach dem Besuch von Yad Vashem, durch Yad Vashem selber war, so selber durchgehen und auch da stehen bleiben, wo man stehen bleiben will. Und danach treffen wir uns zum Gespräch. Eltern, Holocaust überlebt, ungarisch-deutsche Juden und der hat gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, Deutschland ist im Krieg, wo man alles eigentlich drauf ausrichtet zu gewinnen. Also alle Ressourcen, die man hat, alle Industrien, die man hat. Und Deutschland, mitten im Krieg, nutzen die Güterwagen, nutzen die Ressourcen, um Menschen umzubringen. Also nicht den externen Gegner, Frankreich, wo auch immer, sondern die Juden. Und was ist da los? Das ist ein komplettes Volk. Und dann gleichzeitig diese Industrialisierung, das hat er so dargestellt, die komplette Industrialisierung des Menschen. Also was lässt sich verwerten? Die Haare, die Zähne, die Haut, die Arbeitskraft oder auch Frauen, Zwangsprostituierte. Also da hatten wir zum Beispiel eine Frau in der Pflegeeinrichtung, die war Zwangsprostituierte in den Ausschuss. In Israel. Das ist so. Ja, und das ist so. Weiter. Das, da ist unmenschlich, ist da gar kein Wort mehr dafür. Und wenn Menschen sich heute hinstellen und das auch nur im Ansatz negieren oder freundlich reden wollen oder sowas, ist so. Nein, an keiner Stelle. Weil eigentlich, und da dann wieder zurück, an welcher Stelle beginnt dann die Gewalt? Ja. Beginnt die Gewalt, wenn sie anfangen, den Holocaust zu negieren? Oder beginnt sie erst dann, wenn ich dem Paar aufs Maul haue dafür? Ja. Und ich finde, sie beginnt vorher. Also sie beginnt, wenn sie anfangen zu negieren. Ja, ja. Da ist dann Gewalt überhaupt kein Selbstzweck. Es gab mal, Israel ist erstaunlicherweise das Land mit der höchsten Veganerquote. Also fünf Prozent aller Menschen aus Israel sind. Und geile, richtig geile vegane Restaurants. Ja, okay, das kann ich nicht bestätigen, aber interessiert mich auch mal. Und es gab, Sascha Lobo hat mal eine Kolumne geschrieben, in der er die Aussage kritisiert hat, aber von einem israelitischen, wie ist das Adjektiv? Israeli. Israeli, ja, von einem Israeli, der aber selber auch Veganer ist, der diese Tier-Massen-Mord-Industrie ausschwitz- oder gleichgestellt hat, ja. Ich kann aber verstehen, ich will das jetzt nicht in Einklang miteinander bringen, dass Maschinen, die hergestellt werden, um kleine Küken aufzuhängen und über einem Fließband in ein elektrisiertes Wasserbad zu tauchen, damit sie sterben, weil die männlichen Küken einfach nicht mehr aufbrauchbar sind, vielleicht auch wirklich eine starke Erinnerung in sich trägt an massenindustrielle Mordungsprozesse. Nein, also das... Auch nur, nein. Was genau, nein? Nein, keinerlei Vergleich, keinerlei Vergleich oder auch nur im Ansatz Gleichsetzung. Inwiefern. Der Holocaust, die Schoah, ist der industrielle Massenmord an Juden und Jüdinnen gewesen. Und das ist ein singuläres Ereignis und man darf dieser Singularität nichts nehmen. In dem Moment, wo man sozusagen dem, was nahe stellt oder sagt, das ist ähnlich, das mache ich dann. Dann mache ich einen Teil dieser... Dass man das in keinem Kontext bringen sollte. Aber ich fand, es stand gar nicht zum Diskurs. Also es stand überhaupt nicht zum Diskurs und ich fand es eh seltsam in der Kritik, das überhaupt in Einklang zu bringen. Also das hat mich halt mega verwirrt. Und was ich für mich daraus abgeleitet habe, das ist wirklich nur Spekulation, dass vielleicht das Empathie-Level vor Ort so ist, dass du das vielleicht nicht in Einklang bringst, aber dass du vielleicht die Empathie, gerade wenn die Volksgeschichte oder deine Herkunft sowas mit sich bringt, dass das Empathie-Level vielleicht auch Lebewesen wie Tieren gegenüber viel sensibilisierter abläuft. Also es ist nur eine Mutmaßung von mir. Ich würde aus Israelis kein, ich mache es jetzt mal so platt, kein besonderes Volk oder Gruppe, wie auch immer machen. Das machen schon oft genug andere. Jetzt kann man auf dem christlichen Glauben ja sagen, auserwähltes Volk, Gottes, das ist die religiöse Ebene, aber ich würde sagen, auf der normalen Ebene, das sind Menschen. Und da sind total geile Leute drunter. Das nervt wahrscheinlich auch, wenn die immer irgendwie fauschalisiert werden. Da sind aber auch total bekloppte und nervige Leute drunter. Was sie haben und das ist wirklich ein Unterschied zu anderen Ländern und vor allem zu anderen westeuropäischen Ländern, eine wahnsinnig hohe Lebenslust, also die man spürt. Daraus leitest du es auch ab, oder? Dass du es gefühlt hast einfach. Ich finde auch, wenn man, also wir sind ja regelmäßig in Israel jetzt dieses Jahr noch nicht, mal gucken, ob das noch irgendwann wird, aber das gibt auch ein paar andere Länder, glaube ich, wo das so ist. Aber so dieses, man wird auf der Straße nicht mit dem Stirnackenblick oder was weiß ich was, sondern da wird man gelächelt, man wird einfach angequatscht. Die Leute, vielleicht 2000 gab es diesen Riesenbombenanschlag auf das Dolphinarium in Tel Aviv. Das ist eine Diskothek gewesen für junge migrantische Israelis, also ganz viel auch, die gerade erst aus den russischen Ländern gekommen waren und eben halt junge Israelis waren, mit im Land geborenen Israelis. Da ist halt ein Selbstmordattentäter rein und hat das Ding in die Luft gejagt. Keine Ahnung, ich glaube über 20 Tote und Dutzende Verletzte und halt die jungen Leute, also 14, 15, 16 und sowas. Und die, was damals sozusagen für mich, wir waren da kurz danach, waren wir da, das war so einmal so der Versuch, ins Mark Israels zu treffen, nämlich in diese jungen Leute, Lebenslust, feiern gehen und gleichzeitig auch so eine Unbekümmertheit, also Tel Aviv als die Stadt, in der eigentlich nichts passiert. Und dann, wie in Israel damit umgegangen wurde, natürlich Trauer und dann aber gleichzeitig, wir gehen feiern. So dieses Bewusste, wir lassen uns das nicht nehmen. Wer hat den Anschlag gemacht? Ein Palästinenser. Namen habe ich nicht im Kopf, das aber auch so, eigentlich ist das sogar toll, weil in Israel werden weniger die Namen der Täter, als die Namen der Opfer halt innerhalb werden verbreitet. Also da werden sofort auch die Geschichten, Bilder, Eltern, wenn sie wollen. Klar, wer weiß, wie die Menschen hießen, die Andreas Breivik gekillt hat. Also ich nicht. Wie hießen die, die vom NSU ermordet wurden? Das ist schon krass. Aber das halt, ne, Mundlos, Bönert, Schäpe kriegen alle. Lass ihn uns Mundraub nennen. Mundraub oder, ja, genau. Aber halt die Enver Schimschek und so, das ist dann schon Konzentrationsleistung und ich glaube auch, selbst diejenigen, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigen, bekommen die zehn Namen nicht in der Mehrheit. Und das so, da muss man mal so, Leute, kommt, Medien, tret mal, Gesellschaft, tret mal. Nicht Täter, sondern die Betroffenen. Ja, da gehst du natürlich auch als Vorbildfunktion schon deinen Weg. Oh, ich hasse Vorbildfunktion. Ja, aber, nee, ich meine nicht im Sinne von, dass es dir aufdiktiert ist, dass du das machen musst, sondern du machst es einfach proaktiv von alleine die ganze Zeit so. Und wenn es kein anderer macht, dann machst du es halt eben, weil du das ja für dich selber als richtig empfindest, diese Namen immer wieder auch ins Bewusstsein zurückzuholen. Ja, das meine ich jetzt. Wenn du das immer so abschmetterst. Ja, aber da machen andere auch, ne? Ja, also nicht ausschließlich, ne? Nicht nur du, sondern das machen natürlich viele, klar. Wenn du das immer so abschmetterst, du findest es aber doch schon schön, weil es ist ja auch Ergebnis deiner Arbeit, wenn du jemanden positiv berührst durch das, was du machst und vielleicht auch zum Umdenken, oder was heißt Umdenken? Ich kann mit Lob nicht umgehen. Ja, okay. Das ist, ähm. Wollen wir da noch ein paar Komplimente auspacken? Ich finde, für mich ist die höchste Form des Lobes Kritik. Okay. Weil Kritik immer noch was nach vorne Irgendes hat. Also nicht, es ist verwechselnd. Lob ist eigentlich Baden und Suhlen, ne? Ja, Leute kommen auch mit Kritik nicht klar. Die denken immer, Kritik wäre irgendwas Schlimmes oder so. Nein, Kritik ist was total Gutes und Konstruktives. Und in dem Moment, wo man Menschen nicht mehr kritisiert, ähm, ist, äh, nee, nee. Das Lob, Loben ist einfach. Ja. Ähm, ähm, aber, ähm, ähm, was kann ich mit Lob machen? Ähm, okay, für manchmal tut es gut, äh, manchmal hat man auch Momente, wo es einem irgendwie so ganz beschissen geht und wo dann so ein Lob sogar sehr hilfreich sein kann. Oder auch so ein Danke für, für das, was du machst, ohne Frage. Aber so Kritik, die mich nach vorne bringt, die, die mir einen Anreiz gibt, ist doch viel effektiver oder ist doch viel geiler und ist auch viel ehrlicher manchmal, glaube ich. Also ich muss an dem Punkt allerdings sagen, dass ich dir, dass ich dir aber leider in Lob aussprechen muss, weil nämlich an dem Punkt, ähm, ähm, äh, Gosse und ich, wir bewegen uns ja schon relativ lange in so linken Räumen und so weiter und engagieren uns politisch links und so weiter. Allerdings, dass immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir Politik schon immer scheiße fanden und so. Und ich muss sagen, dass es für mich in meinem Leben eine extreme Bereicherung war, dich und deinen Vater kennengelernt zu haben, weil, ähm, weil, weil ihr für mich, ähm, einfach die menschgewordene Politik wieder so in mein Bewusstsein zurückgerufen habt. So, dass es einfach wirklich Leute gibt, die auf Augenhöhe mit allen anderen Menschen sind, agieren, machen und so weiter. Und das hat mich doch insofern wieder berührt, dass ich, ähm, ein Stück weit Vertrauen wieder in die, in die Politik, die quasi auf dieser Ebene stattfindet, wo, wo der, wo der Arbeiter, die Arbeiterin, äh, nicht agieren, wieder das Vertrauen darin zurückgewonnen haben. So, das muss ich sagen, das ist für mich durch die Bekanntschaft auf jeden Fall wieder zurückgekommen. So, dass ich das... Das ist cool. Ja, also das, das ist vielleicht ein Lob, mit dem du umgehen kannst, so, dass das was mit mir auch gemacht hat. Weil es geht ja auch nicht, Lob geht ja in dem Sinne dann auch nicht immer darum, was macht's mit dir, sondern was macht's mit anderen Menschen. Ja, das meine ich ja. Das ist ja auch total interessant eigentlich. Ja. Nee, das ist cool. Das ist auch eins, was ich, äh, ja. Deswegen war es mir auch so ein Anliegen, dass... Deswegen war es mir auch so ein Anliegen dann, dass wir dich, äh, mal einladen können, weil, wenn ich schon die Möglichkeit habe, und ich erachte das als Privileg, dass ich, dass ich eine Politikerin kenne, dann, dann will ich das doch mit meinen kleinen Mitteln, die ich, die ich zur Verfügung habe, dann möchte ich das doch gerne mit anderen auch teilen, so, weil, weil ich das für mich als sehr wertvolle Erfahrung mitgenommen habe und, ähm, dass wir jetzt hier in der Runde sitzen, einfach wie drei gänzlich normale Menschen, dann... Nur, dass ich nicht rauche. Ja. Kurzer Hinweis, dass ich demnächst mal eine rauchen möchte. Ja, du hast jetzt schon seit fast anderthalb Stunden nicht geraucht, also das ist... Ja, ja, wir kommen dem nach, wir kommen dem nach. Ja, ich habe noch so drei Themenfelder, also, äh... Wir sitzen bloß noch drei Stunden. Gut, nee, nee, alles gut. Kann ich, kann ich einfach kurz eine rauchen gehen und wir machen dann weiter, geht das oder geht das nicht? Das würde gehen, aber ich muss auch meine Tochter aus der Kita abholen, also, das heißt, wir können uns, äh, wir können uns langsam in den Finalbereich navigieren. Ja, dann machen wir nichts. Wir würden sonst mit anderthalb Stunden, wir würden das Gehirn unserer Zuhörer innen sprengen. Ja, kann ja sein, dass das was Gutes ist, oder? Also, ja, stimmt, ja. Aber dann gut. Ja, okay. Ich gucke mal ganz kurz in meine Notizen, ob ich noch was habe, was ich ansprechen will. Ich habe mir richtig blöde Fragen gemacht. Es stehen zwei, es stehen zwei Sachen. Nee, warte mal, ich wollte noch... Mach du was. Genau, also, ich habe zwei Sachen. Zum einen, vielleicht kannst du mir helfen, ist vielleicht recht simpel, wo wir in dem Themengefilde waren. Antisemitismus ist ja sehr krass verbunden mit Judenhass, das ist das, was die meisten darunter verstehen, aber wenn ich an semitische Sprachen denke, allein Semitismus schließt ja eigentlich viel mehr ein. Also, ist das so krass durch den Zweiten Weltkrieg geprägt oder so? Warum, also, wie ist dieses Wort konnotiert oder warum ist es für die Leute spezifisch mit Juden konnotiert? Oh Gott, warum ist das, da muss ich jetzt ehrlich sagen, warum das so, wie das entstanden ist, die Begrifflichkeit und dann die Verbindung zu Juden und Wanders geschehen ist, könnte ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Aber der Zweite Weltkrieg ist ja die Spitze gewesen. Also, die Pogrome gegen Juden gingen ja schon vorher in Europa los. Die antijüdische Politik gab es ja auch schon, bevor Hitler kam. Jahrhunderte. Genau, Jahrhunderte. Der spezifische Umgang bis hin zu Gesetzen, dass Juden zum Beispiel, dieses Juden sind die Kapitalisten oder das Geldhorten, das kommt ja unter anderem daher, dass es Gesetze gab, die Juden bestimmte Arbeit verboten und untersagt haben. Und durften nicht backen oder sowas. Und durften dann sozusagen, oder was heißt durften, was übrig blieb, war beispielsweise, ich sage jetzt mal, das, was man heute so als Bank, Geld, Verleih, wie auch immer, bezeichnet. Semitische Sprachen kennzeichnen ja den Sprachraum und nicht ein Volk oder sowas. Aber der Antisemitismus ist der Hass, die Verachtung der Gruppe der Juden und Jüdinnen. Obwohl Semiten eigentlich größer oder Semitismus eigentlich größer ist. Na, semitische Sprachen, die rechnen ja von, keine Ahnung. Ich könnte das ja auch auch aber mit einschließen. Ich glaube, Farsi fällt auch mit darunter. Also Afghanen, weiß gar nicht, der Sprachraum ist viel, viel mehr. Ist Wahnsinn, ja. Deswegen ist Antisemitismus nicht gegen die Sprache, Sprachraum gerichtet, sondern richtet sich halt gegen Juden, Jüdinnen. Ich verstehe das auch nicht so, dieses bis heute. Und es ist ja nicht nur, mittlerweile gibt es ja den Israel-bezogenen Antisemitismus, der ja viel stärker auch hochploppt. Und der am Ende, das ist so ein bisschen hart, also wo man auch in der linken Szene immer mal wieder gucken muss, wo diskutiert man wie. Und was ist das jeweilige Hintergrundwissen, weil, wenn man Israel so in Frage stellt, kontinuierlich, ist es natürlich auch perspektivisch die dahinterstehende politische Option, dass es Israel irgendwann nicht mehr gibt. Damit gibt es aber den Schutzraum nicht mehr für diejenigen, die weltweit unter dieser Bedrohung stehen. Und da finde ich bei allem, was man auch kritisieren kann, vollkommen zu Recht, erste Regel oder das Erste muss sein, Israel steht an keiner Stelle in Frage. Und dann können wir ohne Probleme darüber reden, was mit den Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu ist, warum da die Gesetze geändert werden, warum da eine rassistische Politik stattfindet. Beispielsweise auch gegen die jüdischen Einwanderer aus Eritrea oder auch gegen die Geflüchteten aus Eritrea. Warum Israel kein Asylgesetz hat, nun mal so, warum Palästinenser in Israel oft noch als Menschen zweiter, dritter Klasse. Aber das betrifft ja dann nicht nur die palästinensischen Leute, sondern Palästinenser in Israel ist eh schwierig. Also wenn man da mal rangehen würde, es gibt die Israelis, dann gibt es die Araber Israels, steht auch so im Pass. Dann gibt es die Leute, die eingewandert sind in den 80er, vor allem, also viel in den 80er Jahren, also russischer Herkunft. Vorher noch äthiopische, eritreische, vor allem äthiopische Juden und Jüdinnen, die aus dem Jemen geholt wurden. Und da gibt es ja so schon enorme Abstufungen innerhalb der Gesellschaft. Ägypten hat ja auch mit reingespielt. Und so, dass sozusagen eine unterschiedliche Gesellschaft oder die Gesellschaft ist so dermaßen divers, dass natürlich auch enormes Konfliktpotenzial an unterschiedlichen Stellen da ist. Und das Integrationsmoment Armee funktioniert natürlich auch nicht zu 100%. Also alle, die kommen, wenn sie jung und nicht verheiratet sind, kommen erstmal in die Armee, lernen dort die Sprache, sind dort. Ja, aber das ist von der Grundidee her für das Land nachvollziehbar, das so zu tun, so zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch so ist, aber es war jedenfalls sehr lange so. Und da Armee eben auch nicht nur als eine reine Kriegsstreitkraft, wie auch immer, sondern eben auch als integrativer Faktor in dieser Gesellschaft. So, und Palästinenser, also in den palästinensischen Gebieten, das ist schon hart, was da zum Teil mit denen gemacht wird, aber auch, was sie selber machen. Gerade Jerusalem, wie ist denn, warst du in Jerusalem? Das ist wie, also wenn da wirklich, also es ist ja wirklich, das teilt sich ja. Nee, Jerusalem, du meinst die palästinensischen Gebiete Westbank, die sozusagen hinter Jerusalem sind, die fast ranrücken. Genau, genau. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass ein Teil von Jerusalem zu Palästina gehört. Ja, Ost-Jerusalem wird von den Palästinensern als ihr, und was mal ihre Hauptstadt werden soll, betrachtet. Aber Jerusalem ist mittlerweile die Hauptstadt Israels, da kann man sich natürlich drüber unterhalten, war das jetzt gut, war das schlecht, ist das sinnvoll oder nicht. Aber der Fakt ist, es ist erstmal, und gleichzeitig ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten Ost-Jerusalem nicht geblieben in dieser Konstante. Zum einen haben sich Leute dort Häuser gekauft, die nicht arabisch-palästinensisch sind. Zum anderen sind längst neue, Jerusalem wächst ja auch enorm, also längst weitere Bereiche hinter, nenne ich es jetzt mal, Ost-Jerusalem hinzugekommen. Das heißt, wo, an welcher Stelle will man da noch wirklich was teilen, das geht nicht. Und ich glaube, wenn kann man sich darüber verständigen, dass der Zugang zu den religiösen Städten nicht nur möglich sein muss, sondern ungehindert möglich sein muss. Hauptstadt, wenn überhaupt Palästina irgendwann mal als ein eigener Staat entstehen sollte, dann Leute, überlegt euch mal eine andere Stadt als Jerusalem. Also vielleicht so, als auch ganz kurz letzter Satz dazu, wir überlegen seit mehreren Jahren, ob wir einige Freunde, Freundinnen in den palästinensischen Gebieten noch besuchen, weil das ist echt so, könnt ihr auch mal über die Debatte, die ihr jetzt seit 20 Jahren führt, hinauskommen und mal progressive Ansätze entwickeln, mal emanzipatorisch auch vorangehen und eben auch mal die Eigenstrukturen kritisieren. Und das ist, also sehr zugespitzt formuliert, dieses ständige Opfersein, also dieses, ich werde unterdrückt. Das ist halt auch nichts, womit man weiterkommt und nach vorne kommt. Mega krass, transponieren wir auf diverse andere Debatten. Und sie sind halt nicht nur Opfer, sondern sie sind eben auch Täter. Ja, total. Also ich muss sagen, das ist für mich das allerkrasseste Thema, wo ich mit am wenigsten noch Bescheid weiß, weil ich das so umfänglich in allen seinen Facetten so unglaublich kompliziert finde, dass ich da, was sich mir manchmal nicht so richtig erschließt, also man hat da natürlich eine Meinung dazu, wenn man sich mit dem Thema richtig auseinandersetzt. Inwiefern kann man von hier Einfluss dort eigentlich nehmen? Also wenn man jetzt so in dem Thema drin ist wie du, was kann man dem Zuträgliches tun da eigentlich? Manchmal würde ich mir Zuträgliches sagen. Für welche Seite? Das ist ja offensichtlich das Problem, ne? Also was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass Leute, hört doch mal auf, euch so an Israel und Palästina abzuarbeiten und diese Fokussierung gerade von Deutschen und zwar nicht nur aus einer linken Bewegung heraus, sondern das läuft ja bis in den Bundestag hinein. Was soll das denn? Natürlich gibt es eine Verantwortung, die Deutschland hat aufgrund der Schoah, des Holocaust und dieser Verantwortung muss Deutschland gerecht werden. Damit verbunden aber gleichzeitig dieser stechende Blick, was passiert da gerade schon wieder in Israel und die machen da jetzt schon wieder einen Siedlungsbau und jetzt, ach, da müssen wir mal eine Erklärung im Bundestag machen oder sowas. Das ist ja genauso wie die ganzen UN-Konventionen gegen Israel, Resolutionen gegen Israel, Teilsgerichtssicherheit. Ey, Leute, hört mal auf. Also es ist, auf der Welt gibt es so viele Konfliktregionen und Israel ist nun wirklich nicht die, in der kontinuierlich Menschen hingerichtet werden. Da gibt es ganz andere Bereiche, wo ihr sehr gerne Wirtschaftsverträge zum Beispiel macht und Geld verdient und was weiß ich was. Was man von hier aus machen kann, ich glaube, das Entscheidende ist so ein bisschen, eigentlich weiß ich es nicht genau, ich glaube, das Wichtigste ist, aufzuhören immer wieder. Genau, sowas einfach bleiben zu lassen, wie das, was du gerade formuliert hast. Israel in den Fokus zu nehmen und nach Fehlern zu suchen. Der Jude, der Jude. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich hier vor Ort einzusetzen dafür, dass Menschen weder aufgrund ihrer Religion noch aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden oder bedroht, ja, diskriminiert bedroht und geschlagen werden. Weil, ich glaube, und immer mal wieder dazu beizutragen, indem man eine kritische Frage stellt, wenn jemand mal wieder meint über Israel und was Israel so Böses macht, reden zu müssen, zu fragen, sag mal, was läuft denn gerade in Nordkorea? Oder auch, weiß ich nicht, China, was ist denn China mit den Uyghur, wie heißen sie, was ist da los? Also, um den Leuten mal klarzumachen, ihr habt so eine krasse Fokussierung, hört mal auf. Und wenn ihr was sozusagen ändern wollt in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, dann wird das garantiert nicht funktionieren, indem ihr euch an Israel abarbeitet. Ich glaube, das ist auch viel Identifikation, oder? Ich habe bei manchen Leuten den Eindruck, dass die auch einfach stolz darauf sind, so ein paar Fakten zu wissen, die sie dazu äußern können und dass sie sich hiesig damit beschäftigen. Also, im Grunde genommen, wenn du sagst, guck mal nach Nordkorea, gibst du ja nur den Tipp, vielleicht etwas globaler zu denken und sich nicht nur auf eine gebietsspezifik zu fokussieren. Ja, aber ich glaube, es ist auch generell so in der deutschen Gesellschaft, wenn man Fehler bei Israel findet, dann kann man sich vielleicht noch von der Schuld reinwaschen, von der Verantwortung. Also, das ist jetzt meine sehr populistische oder zugespitze Unterstellung, aber was soll das denn? Also, meine Güte, Deutschland hat zu zahlen für das, was angerichtet wurde an Verbrechen und das ist nicht damit erledigt, dass die Zahlungen sozusagen an die Einzelpersonen gebunden sind, sondern da geht es um noch ein bisschen mehr. Da werden aber auch, einiges wird gezahlt und an anderen Stellen muss da definitiv noch mehr gemacht werden. Deutschland hat eine Verantwortung gegenüber Israel, auch was Bedrohungssituationen angeht und die deutsche Bevölkerung, so oft deutsch in so wenigen Sätzen, die hier lebende Bevölkerung hat eine Verantwortung, die aus dem Dritten Reich resultiert, im Heute zu tragen. Und wenn man diese Verantwortung tragen will, dann heißt es als erstes, AfD, Antisemiten, die sich quer durch alle Parteien ziehen und nicht nur bei der AfD zu verorten sind, die mitten in der Gesellschaft überall sind und eben an der einen oder anderen Stelle auch mal eine kritische Intervention, wenn mal wieder Israel im Fokus ist. Nordkorea? Gibt es noch? Ja, ja, leider. Wir machen mal was ganz Innovatives und zwar sondieren wir das Anfangszitat zum Ende. Genau, du hast... Aber der hat doch noch, hat der nicht noch eine Frage gehabt, die ja irgendwie stemmen wird? Ach, naja, die war relativ blöde, deswegen... Los kommen aber blöde Fragen hatte ich jetzt heute noch nicht wirklich. Okay, Rezo hat ja die CSU zerstört, warum ist jemand noch da? Das ist eine sehr gute Frage. Weißt du, was für ein Feld du da aufmachst? Das ist eine sehr gute Frage. Also du kannst jetzt aus Absurdistan heraus antworten oder tatsächlich stringent, da muss ich dann jetzt im Kindergarten anrufen. Nee, wieso? Ich glaube, man kann da auch sehr knapp und sehr kurz antworten. Hoher Anspruch, nicht erfüllt. Aber in Ansätzen. Ein paar Sachen hingekriegt. Wieso wandelst du dein Bertolt Brecht Zitat aus dem Präteritum in die Gegenwart ab? Das ist ja nicht mein Zitat, das ist ja sein Zitat. Ja, ich weiß, aber du hast es... Also in der Runde ist es jetzt das Zitat, das du mitgebracht hast. Weil Unrecht geschieht und es ist nicht auf die Vergangenheit anzuwenden. Also verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung ist. Klar, das ist ja ein größerer Text von Brecht an die Nachgeborenen. Ist eine rückblickende Betrachtung und ich finde das Zitat total richtig aus dem Text und finde aber, es braucht an der Stelle eine Anpassung im Heute. Weil Unrecht auch, weil ich mich nicht erst dann empören kann, wenn das Unrecht schon geschehen ist. Sondern ich mich auch in dem Moment empören kann und muss, wenn es geschieht. Und das ist so, Beispiel Mittelmeer, die Leute, die probieren, in ein sicheres Leben zu kommen. Da kann ich mich empören, wenn der kleine dreijährige Junge tot am Strand liegt und weitere 200, 300 Menschen drumherum. Ich kann mich aber auch schon empören, wenn ich merke, die Schiffe sind unterwegs und niemand hilft. Und nochmal mehr, wenn ich weiß, die Politik des Landes, in dem ich lebe, das sehr viel Geld zur Verfügung hat, hätte eine Möglichkeit, diese Leute zu retten und nutzt die nicht. Sondern unterstützt, finanziert sogar noch Behörden, um die Leute davon abzuhalten, dass sie es schaffen. Und da finde ich, reicht es nicht, wenn man sich in dem Moment empört, wo das Unrecht in Form, Menschen sind verreckt durch uns, weil wir nicht genügend gemacht haben, reicht nicht, sich in dem Moment zu empören. Sondern man muss schon vorher anfangen. Oder man muss, wenn man erst dann angefangen hat, darf man sich nicht nur in dem Moment empören, sondern es muss weitergehen. Also das, ich finde das so krass. Gerade wird in Deutschland darüber geredet, wo man wieder Urlaub am Mittelmeer machen kann. Und ob man eine Maske tragen muss oder nicht. Und bei uns ist es so, wir können da kein, wir können nicht, ich kann doch nicht ins Mittelmeer gehen. Ich weiß nicht, wie viele Tausende Leichen da unten liegen aufgrund der europäischen Politik. Und da ist natürlich Deutschland ein sehr entscheidender Akteur. Er hätte Möglichkeiten, angefangen von denen, die Leute aus Griechenland holen, die dort in den Lagern nicht gut behandelt werden, bis hin zu, welche Chancen gibt es denn dafür zu sorgen, dass es sichere Fluchtwege gibt. Und das ist so, da wird sich ein Kopf gemacht, ob man Mund-Nasen-Schutz am Strand im Mittelmeer tragen muss. Und ich denke mir, wie könnt ihr da reingehen? Hört sich nach einer Bild-Titelseite an irgendwie. Ja, oder eben so, da sind die Kneipen wieder auf Mallorca und was weiß ich was. Da sind so, da sind Menschen gestorben und ihr schwimmt und ich kriege das nicht hin. Deswegen Mittelmeer-Urlaub seit ein paar Jahren. Nein, geht nicht mehr, ist nicht mehr. Und war das die Frage, mit Empörung? Wir haben das Zitat nochmal sondiert, ja. Das geht genauso wie mit ganzem Rechts. Ist das so eine Punchline für dich, die, also ich spreche jetzt so in Hip-Hop-Neologismen, sorry, die sich für dich, also hat das Bedeutungsträchtigkeit? Mir zum Beispiel, hatte ich schon mal vorgelesen, das Stufengedicht von Hermann Hesse, das ist sowas, was mich immer wieder puncht aufs Neue. Ist das so eine Line, die für dich echt viel oder viel deutlich anseht? Na, ich ziehe richtig viel Kraft aus Wut. Und Wut ist natürlich auch empörungsgeleitet oder kommt wieder aus einer Empörung. Und wenn ich merke, dass so, ich komme da nicht weiter und es ändert sich nichts oder oh mein Gott, da ist das passiert, das, krass, wir können jetzt noch zwei Stunden weiter, weil ich merke das auch so in dieser Politikblase, wie viel Pragmatismus sich da schon durchgesetzt hat. Und Sachen, na, das ist doch so, das weißt du doch gut. Ich bin so, naja, aber das ist, nein. Das muss man ja nicht so hinnehmen. Das muss doch nicht so bleiben. Und ich muss mich doch trotzdem, das kann doch nicht sein. Und nur weil schon zehn Leute verreckt sind im Mittelmeer, darf ich doch nicht aufhören, beim Elften das hinzunehmen und zu akzeptieren. Und diese kontinuierliche Gewöhnung an Zustände, die abgeschafft werden müssen und die natürlich auch, deswegen sage ich, eigentlich könnte man Stunden weiter reden, aus dem Kapitalismus resultieren. Und daraus, dass wir in einer Gesellschaft leben und auch leben wollen, in der es uns gut geht. Und das oft genug mit dem Ausblenden, was heißt denn das für andere? Da wird, ich habe Spargel geliebt, aber ich kann doch kein Spargel essen, wenn die Leute hergeflogen werden und dann in solchen Unterkünften leben müssen. Und das nicht erst jetzt während Corona. Und das ist so, Leute, also ein bisschen mehr, manchmal tut es gut, das nicht sehen zu müssen oder nicht darauf achten zu müssen, weil es natürlich auch... Enerviert. Ja, und auch, man kann dann mal ein bisschen so entspannen und regenerieren und was weiß ich was alles, aber... Mann, eigentlich, es gibt so vieles, wo man rangehen müsste und manche wünschen würde, Tag hätte 48 Stunden oder... Und man hätte auch die Ressource Kraft für diese 48 Stunden. Oder es gäbe auch irgendeine Form des Schlafreduzierens auf eine Stunde, ohne gleichzeitig Körper dauerhaft zu schädigen. Körper, ja, genau. Das ist eigentlich ganz interessant zu dem Thema, da wollte ich eigentlich ein großes Fass aufmachen bei dem Thema, aber das unterlasse ich jetzt. Das machen wir an anderer Stelle. Ich glaube, diese Folge mit Katharina ist so Inspiration für unsere nächsten 30 Folgen. Wo wolltest du ein großes Fass aufmachen? Das interessiert mich jetzt natürlich doch. Ja, dieses Thema der Regeneration, das ist gerade für mich ein großes Thema, weil ich mich rein privat manchmal ganz schön von diesem Weltschmerz gebeutelt sehe irgendwie und die damit verbundene Hoffnungslosigkeit für die Menschheit irgendwie. Und dann ist es für mich doch ein relativ großes Thema, wie sich Menschen wie du zum Beispiel, die sich ja mit verschiedensten Themen, aber ähnlicher menschenverachtender Ausrichtung beschäftigen, wie du dann halt eben trotzdem dazu kommst zu sagen, nee, ich bin hier, ich kämpfe weiter und ich mache weiter. Und ich verstehe nicht, wie du es hinkriegst so, ne? Aber alleine der Fakt, dass du es für mich nach außen getragen hinbekommst, gibt mir wieder das Gefühl, okay, man kann es irgendwie schaffen. Und das ist auch gut für mich. Ich sage häufiger gerade so zu Leuten, die, also ich bin ja manchmal so bei Vorträgen unterwegs, wo es um Nazis und was man machen kann und wie auch immer geht. Und ich sage dann den Leuten immer, ey, ganz, ganz wichtig, weil die Zeiten werden nicht besser, sondern die werden gerade schlimmer. Und das schon seit Jahren. Ihr müsst für positive Momente für euch selber sorgen. Das macht niemand von außen. Die kriegt ihr nicht einfach so machen. Das wird keine CDU machen, wenn man es auf die politische Ebene nimmt. Das macht auch keine Linkspartei. Also ihr müsst selber dafür sorgen, dass ihr diese positiven Momente habt, wo ihr mal durchatmen könnt. Und an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch sinnvoll, anstelle schon wieder auf die Straße zu rennen und zu zwölft oder zu dreizehn oder auch zu zweihundert gegen AfD oder wen auch immer zu demonstrieren, mal für sich selber was zu machen. Das heißt, man trifft sich als Gruppe, man quatscht, man trinkt was, man grillt, man guckt nebenbei einen Film. Aber so dieses mal was für sich zu tun und nicht immer nur in dieser Abwehr und gegen. Das schlaucht ungemein. Das macht die Leute irgendwann kaputt. Die rennen ja nur noch draußen rum, um irgendwo dagegen zu sein. Das ist auch der Sache nicht förderlich. Sich mal besinnen und auch mal dahin kommen. Was will ich eigentlich? Du brauchst auch deine Oasen, damit der andere Bereich wieder gespeist wird. Ja, und auch so dieses, ich will ja nicht nur gegen etwas sein, ich will ja auch eigentlich für etwas sein. Und was ist dieses für? Und das kann sein, ich will ein Konzert oder ich will, dass wir einen Raum haben, in dem wir uns treffen können. Ich will einfach mal wieder mit Freunden abhängen, ohne schon wieder Alarm, was weiß ich, was passiert zu kriegen. Oder ich will auch einfach mal wieder einen trinken gehen. Oder, oder, oder. Und das ist so wichtig, dass dieses Politische nicht zum absoluten, prioritären Anspruch erhoben wird, weil da geht man kaputt da drin. Ich finde das, ich finde das so klasse, weil diese kleinen Momente, die man sich dann halt eben selber holt, in jüngster Vergangenheit, vielleicht hast du es auch gehört von Tupoca Odette, die dieses Exit Racism gemacht hat. Die sagt da irgendwo am Ende von dem Buch auch, dass die mit ihrer Mutter telefoniert, um sich wieder stark zu lachen. So, das finde ich halt eben auch, also, wenn, wir, wir haben zum Beispiel, der Podcast ist natürlich ganz egoistisch betrachtet für mich, einfach bloß, dass wir beide eine schöne Zeit haben so, und wir transportieren das halt eben nach außen, weil ich finde, wir haben unterhaltsame Gespräche mit dieben Filmgebieten, aber manchmal lachen wir auch einfach bloß über Blödsinn. Wir haben letztens einen Lachflash gehabt, und dann haben wir beide gepupst, weil wir so lachen mussten. Weißt du, so, und das ist halt richtig. Wir haben uns dann entschieden, diesen Lachflash, wir haben eigentlich nur wie zwei pubertäre Weiber nebeneinander hergekeift, und haben uns dann dazu entschlossen. Ja, das geht nicht, ja, aber das tut so gut. So, genau, und das ist halt der Punkt, so, da kann man sich so krass viel Energie wieder zurücklachen, das ist utopisch halt. Aber das ist so, ich habe kein Allheilmittel oder sowas, sondern das, klar, es sind Freunde, es sind Familie. Du hast aber gesagt, sie bringt das Allheilmittel mit. Das ist so, das sind so kleinen, kleinen, kleinen Krams zum Beispiel. Wir haben gerade abends so zum Runterkommen, warum auch immer. Wir gucken so kleine Beiträge von America's Got Talent. Und das ist, Alter, ist das geil. Wir gucken das dann gleich, ihr könnt es ja dann einblenden bei euch am Ende. Da gibt es so ein Part für Kinder, und da sind irgendwie nacheinander total toll singende, hübsch aussehende, niedliche und krass, was die alles können, Kinder aufgetreten. Und dann kommt eine 6-Jährige mit ihrem 9-Jährigen Bruder. Und die machen einfach krassen Black Metal oder sowas. Ah, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob es, aber das ist so geil. Und dann wird die wegge-xed. Also, ja, wie heißt das? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so geil. Und das hat, keine Ahnung, ich habe das gestern schon Leuten erzählt, ich habe es vorgestern Leuten erzählt, weil das so ist der Hammer. Und das hat überhaupt keinen Sinn, hat überhaupt nichts mit meinem Leben alltäglich zu tun, aber das ist geil. Und da könnte ich mich Stunden, könnte ich mich darüber amüsieren und mich aufregen, dass die der Kleinen 2xx gegeben haben. Die ist geil. Stellt die auf eine Bühne, das ist der Hammer. Holt die zum Wacken. Oder was weiß ich, holen. Und nächsten Tag ist es dann einfach, nach Hause kommen Schnaps trinken. Und was echt wichtig ist, ist Leute regelmäßig zu treffen, mit denen man sowohl darüber, als auch über anderes reden kann. Das ist total wichtig. Aber das geht jetzt auch alles über Skype und das Gute ist, man infiziert sich nicht. Also von daher... Aber es nimmt, ich finde real... Logisch, klar. Ich lege mir manchmal Franks alte Unterhose hin, wenn wir skypen. Damit ich wenigstens den tollen Eiergeruch habe. Das Tablet, wo dein Gesicht drauf ist, lege ich mir manchmal auf den Bauch so zum Kuscheln. Wunderschön, so groß war das fast ja gar nicht. Wollen wir das als Abschluss nehmen? Ja, total. Dann enden wir mit einem fröhlichen Konsens. Genau. Regeneration ist wichtig. Die Regenerationszigarette. Ja, die brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt wirklich. Kann ich abmachen? Ja, können wir... Wollen wir verabschieden uns noch kurz? Wir sagen noch Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Genau.